Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, heute mit einem Review, mit unserem Review, mit dem traditionellen Review von All Out 2024. Mein Name ist Markus Gronermann und bei mir ist der David Kloß von Screen.de. Hallo, guten Morgen. Oh, ich bin so arschmüde. Ich bin so unfassbar müde. Wir sind das gar nicht mehr gewohnt. Ich meine, wir hatten ja erst all in zu einer schönen Uhrzeit. Wir hatten das in Berlin zu einer schönen Uhrzeit und jetzt einfach eiskalt wieder schön spät, aber dafür samstags. Immerhin, ja, also solange hier die Football-Season, die ist ja gerade am Starten. Ich glaube, ich bin kein NFL-Foreiner. Ich glaube, dieses Wochenende oder letztes Wochenende haben die losgelegt und das ist unser Glück, ein bisschen in Europa, nachdem Toni Kahn ja hier selbst mit Besitz eines Football-Clubs ist, sagt er, da geht er nicht sozusagen mit der NFL in direkte Konkurrenz und da bekommen wir dann zumindest die Pay-Per-Views samstags. Also kleiner Trostpreis, aber ich muss auch sagen, Startzeit vor Ort so 18.30 Uhr oder 17.30 Uhr ist natürlich deutlich netter als hier. Wann hat die Pre-Show begonnen? Ja, knapp um 1 Uhr morgens. Also ich glaube, 0.30 Uhr ging es los. Ich war dann so ab 1 Uhr dabei und ja, David, steigen wir gleich mal ein im Schnell-Schnell-Schnell-Durchlauf, weil wir haben eine ganze Menge über die anderen Matches zu sprechen. Die vier Pre-Show-Matches. Also kurzer Spoiler vorab, ist nicht wahnsinnig viel passiert, hatte, so wie es aussieht, auch nicht wahnsinnige Implikationen mit Ausnahme von dem kleinen Zwischensegment. Über das können mal kurz sprechen. Aber die Match ist selbst netter Zeitvertreib, aber ja, einfach mal in Wahrheit, um ein paar mehr Körper hier auf die Karte zu bekommen. Ja, also normalerweise gehen wir die immer einzeln durch. Aber erstmal sind wir müde. Und Nummer zwei ist halt, so wie du sagst, sie hatten halt keine wirkliche Bedeutung. Also es ist halt storyline-technisch nichts Mögliches passiert. Sie ähnelten sich halt auch dadurch, dass es halt alles Multiman-Matches waren. Ähm, das haben wir eigentlich nicht so. Aber woran sie sich auch ähnelten, und das muss ich halt mal positiv anmerken, ähm, die haben Spaß gemacht. Also die hatten alle Matches, hatten irgendwie mal Comedy dabei, ähm, irgendwas Spektakuläres. Waren halt unterhaltsam. Das klingt halt immer so doof, aber für eine Kick-Off-Show, ich glaube, die in der Halle hatten dann richtig Bock. Und, ähm, die zu Hause auch. Also die Kick-Off-Show hab ich mal angeschaut, die Zahlen bei YouTube und so. Kam gut an. Und ich hatte halt auch meinen Spaß. Aber es ist halt absolut nichts passiert, wo ich sag, oh mein Gott, das muss man gesehen haben. Oder ja, das ist jetzt total wichtig für eine Storyline. Nein, im Gegenteil. Also Story hatten wir ein bisschen, aber die Matches selber kriegen von mir alle einen Daumen. Aber wir haben viel mehr zu reden in der Main-Card. Genau. Also das Einzige, was man vielleicht sagen muss über die Pre-Show, ähm, man sieht so ein bisschen wie der Stern des einen oder anderen Wrestlers im Laufe. der Jahre gefallen ist. Also was ich mir angucke. Wir hatten hier zum Beispiel, also gehen wir sie kurz durch, dann können wir kurz noch über die, eher über die Leute in den Matches sprechen. Also es war, glaube ich mal, äh, bis aufs letzte Match auch am Papier vorher schon jeweils klar, wer hier gewinnen wird. Also es klang eher so ein bisschen, auch vom Line-Up her, ist ja bis auf ein Match alles erst sozusagen am Tag der Show oder ich weiß gar nicht, ob es nach, ja, nach Collision und Dynamite von gestern wurden diese Matches auch bekannt gegeben. Ähm, es war ein bisschen wie eine Rampage-Ausgabe. Man wusste vorher eigentlich schon fast in jedem Match, wer gewinnen wird. Und ja, es ging mal los mit Acclaimed gegen die Iron Savages. Also wer es nicht gesehen hat, zu eurer und unserer großen Überraschung hier natürlich die Acclaimed, äh, haben gewonnen. Und ja, die Acclaimed von, äh, letztes Jahr noch heißer Act. Vor zwei Jahren wirklich, wirklich heiß geworden, auch damals in der Tag-Team-Feder mit, äh, mit Charles Strickland und Keith Lee. Und ja, jetzt habe ich so ein bisschen das Gefühl, die, die sind so unter ferner liefen. Waren zwar jetzt noch im Tag-Team-Titel-Match vor zwei Wochen mit dabei, aber auch irgendwie mehr so als die, ja, die Anhängsel und nicht wirklich die, wo man gesagt hat, wow, hier, Acclaimed im Tag-Team-Titel-Match, jetzt geht's ab. Ja, aber man muss halt sagen, sie waren halt trotzdem dabei. Also sie waren halt in Wembley, äh, in der, in der Main-Card und jetzt halt in der Kick-Off-Show als erstes Match, wo halt die Halle noch sehr, sehr, sehr leer ist. Ja, ähm, ich würde halt einfach sagen, der Drops ist da halt ein bisschen gelutscht von dem Hype her, weil es, ich fand das halt auch in der Fede schon, bei All-In so, dass die Acclaimed, die brauchen unbedingt, glaube ich, eine Veränderung. Weil die, ja, und der Level ist halt immer das Gleiche und irgendwann nutzt sich halt auch jede Catch-Face und sonst was ein bisschen ab und ich glaube, die kann man auch schnell wieder heiß kriegen. Man muss halt nur also ein, zwei Rädchen, äh, drehen. Aber momentan war ich auch ehrlich gesagt froh, dass sie in der Kick-Off-Show sind und, äh, nicht in der Main-Card, weil ich finde, momentan gehören sie halt da nicht hin. Heißt ja nicht, dass sich das nicht ändern kann, aber, ähm, ja, beim Match selber im Rücken fand ich, dass, äh, Bull da am besten war. Ich fand, Bull da hatte echt mehrere coole Momente. Der hat gut ausgesehen, ne? Äh, also der hat richtig Bock gemacht und da sieht man halt auch ein bisschen dieses fallende Standing, wenn ein anderes Team, was eigentlich ganz klar verlieren wird, dich irgendwie ein bisschen mehr abholt, äh, vor dem Bildschirm und dann, ha, gucken wir mal, äh, aber das Match selber, wie gesagt, vollkommen okay. Genau, gingen auch alle so zwischen, ja, siebeneinhalb und elf Minuten in etwa. Also, waren alles nette, gute Matches zum Weggucken. Kann man auch mal sich angucken, wenn man ein bisschen Zeit hat. Also, gutes Wrestling, aber, ja, eben wenig Auswirkungen auf die Storylines und wir hatten das auch im nächsten Match. Also, auch hier, ähm, Dustin Rhodes, Sammy Guevara und Hologram gegen die Premier Athletes. Also, Ariad Havari, Josh Woods und Tony Nies mit Mark Sterling. Und auch hier, ähm, ich hab's, glaub ich, im Nachgang zu All In schon mal kurz gesagt, auch, also der, äh, wenn du dir sozusagen die, die vier Pillars anguckst, äh, die wir ja hatten. Also, MJF hier heißt dann auch im Opener gewesen, äh, Darby Allen, jetzt hier nicht auf der Show, aber wird wohl gleich in der Fede mit John Moxley kommen, äh, bekommt hier sein Titelmatch. Demnächst, äh, Luke Perry natürlich hier im quasi Main Event um den Titel und, ja, Sammy Guevara in der Pre-Show. Äh, ja, ähm, finde ich allerdings in dem Fall nicht so schlimm, weil ich finde, bei ihm hat man's eigentlich ganz gut gemacht. Er war halt länger weg. Er hat ja auch immer wieder mal Backstage auch mal Probleme gehabt in den letzten Jahren. Und was man halt jetzt gemacht hat, dass man ihn halt neben Dustin Rhodes, äh, gesetzt hat und ihn quasi, wie soll man sagen, ein bisschen langsam wieder ranführt, finde ich nicht so verkehrt, weil faktisch ist er dadurch präsent. Also, er hat halt seine TV-Zeit bei Collision, ähm, er hat seine, ähm, Pre-Show gehabt bei All-In. Jetzt hat er wieder eine Pre-Show. Also, er, er wird ja dargestellt. Und ich sehe das halt eher so ein bisschen wie bei Hologram, wo du halt sagst, ja, wir zeigen euch die Jungs nochmal und, ähm, machen sie präsent. Aber das dauert alles ein bisschen. Wir machen auch keinen Druck. Und ich finde, manchmal ist auch, ist nicht so verkehrt, wenn man halt nicht so viel Druck ausübt. Man nicht sagt, okay, du musst jetzt direkt die fette Story kriegen oder sonst was. Weil so viel Platz ist halt auch nicht da, äh, um halt in der Maincard zu sein. Und momentan ist die halt ziemlich voll. Und deswegen finde ich das diesen Weg relativ schabant. Also, ich finde ihn eher angenehm. Aber ja, es ist natürlich ein Unterschied zu früher. Aber so falsch fühlt es sich auch nicht an. Ja, ich kann mir natürlich vorstellen, also, guck mal, äh, wir wissen ja immer noch nichts Neues vom, vom TV-Deal. Äh, können wir ganz kurz dann bei den, äh, ja, äh, wahrscheinlich werden wir nicht länger als fünf Minuten oder drei Minuten brauchen, um am Ende noch kurz über den Scrum zu sprechen. Ähm, die sind natürlich hier gemeinsam auch, äh, Ring of Honor Tag Team Champions, äh, Dustin Rhodes ja auch gemeinsam mit den von Eriks Six-Man Champions. Also, auch interessant, dass die hier nochmal, ähm, in einem anderen, äh, Dreier-Team-Auftritt, Dustin Rhodes, haben sie ja auch irgendwie so halb ernst, halb spaß, halb am Kommentar gesagt, vielleicht kann ja dieses Trio jetzt sich auch noch irgendwie die, die EW-Trios, äh, Titel holen oder versuchen, die zu gewinnen, äh, weil Hologram da auch ganz gut aussah in dem Match. Also, ja, vielleicht spielen die dann auch bei Ring of Honor, ne, oder auch Sammy Guevara dann eine größere Rolle, äh, sollte Ring of Honor auch vielleicht eine größere Rolle spielen in Zukunft und nicht nur ein reines Streaming-Produkt sein. Aber, ja, auf jeden Fall. Jetzt kommt der richtige tiefe Fall, finde ich. Beim nächsten Match, äh, beim nächsten Match würde ich sagen, okay, gehe ich komplett d'accord, das ist echt so dieses, man sieht quasi den Weg nach unten live mit, bei zwei Teams. Genau, nehme ich hier die Bang-Bang-Gang, in dem Fall, äh, Austin Gun, Colton Gun und Juice Robinson, äh, gegen die Dark Order, also Alex Reynolds, Evil Uno und John Silver und ja, bin ich bei dir. Also, die Dark Order natürlich nie ganz, ganz oben mitgespielt, aber die sind ja wirklich nur noch, äh, Rampage und Pre-Show-Futter, habe ich das Gefühl, in, in den letzten Monaten. Ja, und die Bang-Bang-Gang natürlich auch schon mal entsprechend heißer gewesen, aber die sind natürlich im Moment auch nicht ganz vollständig, also vielleicht auch Richtung, äh, Australien nächstes Jahr. Im Februar könnte es ja da wieder ein bisschen mehr Bums geben dahinter, sag ich mal, aber ja, das sind auf jeden Fall ja auch zwei Teams, die, die haben wir schon mal ein bisschen größer, ein bisschen populärer gesehen. Ja, definitiv, äh, wobei ich eh kein Fan bin von der Bang-Bang-Gang, äh, bin ich halt ehrlich. Äh, in dem Match fand ich aber ganz gut, was sie halt gemacht haben, dass, also, Dark Order, klar, haben halt als, als Team ihre Momente gehabt. Ich finde die halt immer noch unfassbar sympathisch, äh, obwohl die es eigentlich gar nicht sein sollten, aber ich finde es halt super. Umgekehrt, äh, hat man das Match aber genutzt, um halt, äh, Juice, äh, Robinson quasi ein bisschen zum MVP in diesem Match zu machen. Er war ja auch am meisten over, äh, er hat halt den, den Sieg, ähm, eingefahren und auch bei dem Match wieder, äh, ich, ich finde bei beiden ist es halt irgendwie schade, bei Dark Order tut es mir halt vom Herzen ein bisschen mehr weh, weil ich, ich fand, die waren halt immer so, ähm, nice to have in der Weekly. Die habe ich einfach immer gerne gesehen, haben nicht wehgetan, mussten keine großen Story haben, aber das Match selber auch wieder das Gleiche. Es war halt, äh, kurzweilig, aber es war halt unterhaltsam und nehme ich gerne mit. Es gab coole Momente. Ja, und vor allem Dark Order ja auch im Ring eigentlich gut. Alle drei. Ja, auch, äh, underweighted, finde ich. Also, ich, ich, ich finde Dark Order so als Team, gerade als, als Trio funktionieren halt brutal gut. Eigentlich kannst du dir halt wirklich auch mehrmals, ja, ins Titelgeschehen so ein bisschen reinwerfen, weil ich finde, wir haben eh ein bisschen momentan ein Problem bei AW, dass halt nicht ganz klar ist, ähm, wie ist die Tag Team Division jetzt wirklich aufgebaut oder was sind die großen Teams, weil so viele sind da jetzt eigentlich nicht mehr da für mich. Und beim Trio auch ein bisschen so, es ist halt viel gemischt und da hast du dann halt ein echtes Trio. Dann, ja, nutze es doch ein bisschen. Also muss ja nicht viel machen, aber so ein kleines bisschen. Okay. Genau, und apropos Trio, da hatten wir dann das letzte Match. Also wir hatten hier ein Three-Way-Six-Man-Tag-Team-Match und zwar die Undisputed Kingdom, Matt Taben, Mike Bennett und Roderick Strong gegen Action and Ready und Top Flight, also die Martin-Brüder mit Leila Gray hier dabei als, äh, ja, Flugbegleiterin, die auch gleich irgendwie die, die Flugzeuge am Rollfeld einweisen kann. Und, äh, Shane-Taylor Promotions, nämlich Lee Moriarty, Shane-Taylor und, äh, The Beast Mortals. Also hochkarätig besetzt, sehr viel Action, sehr gutes Match, äh, null Implikationen. Also, äh, Undisputed Kingdom, das ist ein Downfall-Sondergleichen. Ja, die hängen halt, seit hier Adam Cole weg ist, komplett in der Luft, in Wahrheit. Ähm, und es ist auch die Frage, also auch wenn Adam Cole hier wieder zurückkommt, weiß ich nicht, was man mit denen anfängt, weil sozusagen der große Aufhänger hier, MJF, der ist jetzt weggefallen, der hatte eigentlich, der hat eigentlich Adam Cole hier mit seiner, mit seiner Rückkehr damals noch als, als Kurzzeit Babyface abgefrühstückt. Und jetzt halt die Frage, also jetzt hier wieder in eine, nach fast einem Jahr in die MJF-Fäde reinzugehen, äh, Heal versus Heal macht wahrscheinlich keinen Sinn, aber ich bin sehr gespannt, was man sich da dann mit, mit Adam Cole auch überlegt, wenn der mal wieder fit und wieder da ist. Den kannst du schnell als Face wieder einsetzen. Also ich, ich glaube nicht, dass er zum Kingdom geht. Ich finde, Kingdom ist so, äh, einfach verbrannt. Also da, da sehe ich halt einfach gar kein Potenzial mehr oder wie man das halt vom Standing oder auch von den Charakteren her, ähm, richtig hinkriegen kann, weil man muss halt sagen, Roderick Strong ist halt der, der heraussticht. Äh, Matt Tevin und Mike Bennett finde ich halt so absolut belanglos. Ja, aber die sind gut. Das ist, das ist halt das Traurige. Die sind ein richtig gutes Tag-Team. Ja, aber die sind halt, ich finde aber von der Ausstrahlung her sind die halt einfach so, ja, sie sind halt irgendwie da. Also ich kann halt denen Liste mit Wrestling angegeben, wo ich sage, ja, die haben mehr Karsma. Das stimmt. Und, ähm, ich glaube, klug wäre es eher, ähm, MJF macht ja auch immer die ganze Zeit den Paradise, äh, wie heißt der Sunrise. Ähm, sorry, ich bin echt müde, ne? Also, bitte, ich kann mir eh Moves immer nicht merken oder ich bringe die durcheinander, aber ich bin echt unfassbar müde. Panama Sunrise. Panama Sunrise. Danke. Aber den macht er auf jeden Fall ja auch die ganze Zeit, ähm, das kannst du eigentlich leicht bringen. Bring Adam Cole zurück, der sich halt recht, und dann hast du halt ganz schnell wieder geswitcht. Er ist dann wieder der Gute, MJF ist der Böse. Das kannst du schnell machen, aber beim Kingdom sehe ich halt eigentlich auch kein Potenzial mehr, warum man die zusammenlassen soll, weil ich finde auch ein Strong, da ist eigentlich mehr drin. Also ich finde, er wird quasi mit runtergezogen. Fühlt sich also an, als wenn man sich an die Beine von ihm festhält und dann, man zieht ihn langsam mit runter. Und das ist dann, ja, weiß nicht. Das Match selber, ähm, war cool, aber war leider auch komplett vorhersehbar. Selbst beim Finish, dass du wusstest, okay, Kingdom hält sich eigentlich eher raus, würde ich halt sagen. Ähm, die anderen haben die Show gemacht, da waren die Highlights, da waren die Spots und am Ende klauen sie quasi den Sieg. Und das war halt auch so klassisch und eigentlich vorhersehbar. Genau. Highlight natürlich wie immer, Beast Martos, also immer wenn der auch hier mit, äh, mit den Martens oder mit Action and Ready drin war. Äh, ja, der ist halt einfach auch extrem gut. Also, äh, den würde ich mir natürlich auch in, äh, in einer prominenteren Rolle immer wieder wünschen. Aber, ja. Da kannst du keine Story erzählen. Das ist halt immer schwierig, ja. Der bräuchte irgendwie ein Sprachrohr, äh, der, der vom, vom Stier auf den, auf Mensch übersetzen kann. Ähm, genau. Und was wir noch einmal kurz angesprochen, also es gab ein Segment mit, äh, Sky Blue, äh, die hier in Chicago, in ihrer Heimatstadt sozusagen kurz, ja, vorgestellt wurde. Hat sich hier im Juli, äh, den Knöchel gebrochen, kam hier auf Krücken raus, wurde interviewt, wurde ein bisschen so gefragt nach ihrem, ja, gesundheitlichen Fortschritt. Und dann kam hier natürlich raus Mariah May, die, äh, Women's Champion, die hier nicht auf der Kart war, also seit ihrem Sieg über Toni Storm, äh, hat hier kurz geteased irgendwie ihre Championship Celebration, hat sie dann doch nicht durchgezogen, hat hier Chicago ein bisschen beleidigt. Und dann hat sie hier noch, ähm, Sky Blue die Krücken weggetreten, hat sie ein bisschen verprügelt. Und das hat dann dazu geführt, dass hier, äh, Queen Aminata den Safe gemacht hat. Und da bekommen wir auch tatsächlich bei Dynamite ein Match, also Queen Aminata wird hier, oder möchte ich hier um den Titel herausfordern. Das war so eine kleine Zwischensequenz noch vor dem, vor dem letzten Match. Also ich fand das sehr unangenehm zu gucken. Ich fand die, äh, Promo, also bei Sky Blue finde ich es eh ein bisschen schwierig, wenn die in Rot rauskommt, als Blue. Äh, ich mochte eh ihr, 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 dieses Ghost-Gimmick, dieses, ja, sie ist ja deutlich cooler. Sie war ja zuletzt hier eigentlich mit, äh, mit Julia Hart gemeinsam. Ja, ich, ich fand auch, sie in dieser Rolle ging halt deutlich mehr, äh, ja, mehr auf. Und jetzt hast du dieses Segment, wo du halt irgendwie auch das Gefühl hattest, man wartet so auf diesen Moment, wann darf ich jetzt reden, jetzt bist du dran, dann kommt halt immer so ein Wort als Reaktion, was halt so künstlich wirkt. Also ich fand das Segment sehr, sehr schlimm. Das war sehr, bei mir war ein hoher Fremdschirmfaktor dabei. Äh, ich kann verstehen, warum man das gemacht hat. Ich finde nur die Umsetzung nicht so doll. Bei Maia May muss man jetzt auch ein bisschen aufpassen, dass man das halt jetzt dieses, ja, ich feiere hier nicht, ich feiere hier nicht, ich feiere hier nicht, nicht so lang zieht, dass man halt irgendwann sagt, ach ja, vor acht Monaten habe ich einen Titel gewonnen, jetzt feiere ich den mal. Ja, wenn sie das nächste Mal in England sind, nächstes Jahr lang, kann sie, kann sie zu Hause feiern. Also ich finde, da geht man halt einen Weg, der sehr gefährlich sein kann, weil Maia May ist halt over, aber du merkst, da kann halt es auch ganz schnell so das Feuer weg sein, wenn du halt nicht aufpasst und da muss irgendwas passieren. Ja, soviel hier zur Pre-Show, zur Zero-Hour und ja, dann würde ich sagen, beginnen wir mit dem Pay-Per-View und da haben wir natürlich, also bei All-In hat es nicht ganz geklappt mit der Variante, aber ansonsten, MJF hat hier seinen Spot sozusagen verteidigt, also wenn er hier nicht im Main-Event steht, dann ist er im Opener und wir haben hier ja eigentlich das Grudge-Match bekommen, MJF gegen Daniel Garcia, wir erinnern uns von, ich glaube, vor neun Wochen war es, haben sie auch einen Kommentar gesagt, hat hier hier MJF seinen Heel-Turn hingelegt, hat hier Daniel Garcia quasi schwer am Nacken verletzt mit einem Tombstone-Piledriver von den, aus den Seilen, also vom zweiten oder dritten Seil, glaube ich was, und Daniel Garcia hier bei All-In zurückgekommen, hat MJF daran gehindelt, mit den, ja, mit den Press-Nacks zuzuschlagen, weil der Diamond Ring, der ist ja von irgendeinem englischen Kleinverbrecher offenbar gestohlen worden, also tatsächlich, in der Storyline war es hier Daniel Garcia, der sich den Ring unter den Nagel gerissen hat und jetzt hatten wir hier das große Grudge-Match zwischen den beiden. Ja, ähm, ich möchte kein Meckerkopf sein, ich möchte aber jetzt am Anfang erstmal meckern, ähm, ich fand die Ansetzung cool, ich finde auch die, die Fede, die letzte Promo von, von Garcia war richtig gut, aber das Match war halt, ähm, also es ging erstmal so los, gehen wir von Anfang an, MJF kommt raus, äh, sein, sein Entwins, anstatt eine riesige Flagge, kriegt er halt ein riesiges, äh, thank me later, äh, das fand ich ganz cool, und anstatt dass Garcia halt ein Entrance hat, kommt er halt einfach in den Ring gestürmt und geht komplett auf MJF drauf, und ich dachte, alles klar, die Story ist halt so, dass du ja gesagt hast, ja, ich, ich will dich komplett kaputt machen, also das war es dann mit deiner Karriere, ich, ich mach dich kaputt, ich zerstör dich, wie du mich zerstört hast und sonst was, und das hat total Sinn gemacht und ich hatte richtig Bock, und dann hattest du einfach, das Match geht 23 Minuten 40, ich sehe es gerade, das hat sich auch so angefühlt, weil das Problem ist einfach, du hast dann ungefähr 12, 13 Minuten lang eigentlich durchgehend den Fall gehabt, dass MJF dominant war, Daniel Garcia hat ein, zwei Hope-Spots, die aber auch eigentlich nicht so sind, dass du sagst, ich will dich zerstören, sondern es fühlte sich halt komplett wie ein normales Wrestling-Match an, und wir hatten tierische Probleme, auf der Couch reinzukommen, weil die Story, beziehungsweise die Erwartungshaltung war halt, okay, wir sehen es, dieses persönliche, ich zerstöre dich, ich hab einen Hass auf dich, aber wir sehen halt ein Match, was irgendwie so sich komplett normal anfühlt, und wo halt MJF natürlich auch sehr, sehr dominant war, und was sich auch ein bisschen gezogen hat, ich weiß nicht, wie es bei dir war, geht es nur bis zu der Hälfte? Ja, es war vor allem, also, also ich, 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 ich nehme es mal ein bisschen vorweg, es war ein absolut fantastischer Pay-Per-View mit, ich glaube, fast ausschließlich wirklich sehr guten bis großartigen Matches, aber wir hatten ein paar sehr starke Parallelen, also wir hatten hier sowohl in dem Match, als dann natürlich auch im Lights Out Main Event eigentlich die Geschichte, ich will dich nicht besiegen, ich will dich eigentlich kaputt machen, weil, ja, du halt in der Vergangenheit mir furchtbare Dinge angetan hast, das war mal das eine, was ich ihnen zugutehalten muss, sie haben hier, äh, das, das ganze Waffen und, und, äh, Klump und, und Plundergedöns, äh, nicht gemacht, ähm, und wenn ich mir den, den AW-Roster im Moment ansehe, dann sehe ich eigentlich vier Leute, eigentlich vier, drei Top- und einen Fast-Top-Mann, äh, die alle schwere bis mittelschwere bis starke Nackenprobleme haben, nämlich MJF, äh, hat hier noch das Nackenproblem, Daniel Garcia natürlich hat das Nackenproblem, was auch eine Rolle spielt, äh, Will Osprey hat Nackenprobleme, Brian Daniels hat Nackenprobleme, also in Wahrheit, äh, wenn's, wenn's blöd hergeht, äh, quasi hier im, im, unter der Prämisse, dass wir das alles hier natürlich als, als echt und ernsthaft, äh, betrachten, dann sind hier vier deiner Top-Leute einen falschen Move davon entfernt, dass sie im Rollstuhl sitzen und nie wieder antreten können, also, ähm, das, das dazu, Daniel Garcia natürlich hier die, die Geschichte, die man bisher erzählt hat, ist, äh, sein Nacken ist immer noch angeschlagen, also er hat so sozusagen die, die, äh, äh, ärztliche Freigabe bekommen, aber der Nacken macht ihm nach wie vor Probleme und der Nacken wurde ja auch ganz stark hier bearbeitet und, ja, also, ähm, ich bin eigentlich gut ins Match reingekommen, ich fand das auch gut, dass Garcia hier, äh, gleich, attackiert, dass man dann nicht irgendwie beginnt mit einem Lock-Up und, und schönem Chain-Wrestling, sondern dass ich die hier wirklich gleich mal, äh, ja, auf die Fresse geben, ähm, stimmt auf jeden Fall, dass die, die zweite Hälfte da ein bisschen stärker war, aber mir, mir war's, mir ist jetzt nicht so schwer gefallen, reinzukommen ins Match, sagen wir so. Ja, bei mir war's einfach diese, diese Erwartungshaltung wahrscheinlich und, ähm, diese Stimmung, aber es gab, erst mal muss man auch sagen, dieses Match hat auch etwas Eigengleiter, was sich durch den ganzen Paperview gezogen hat, und zwar Spucke. Ich weiß nicht, was mit den Leuten los war an dem Abend, aber irgendwie war halt so einfach, ey, Spucke ist cool, Daniel Garcia hat halt gesabbert wie sonst was. Ja, das hat er aber damals bei der Attacke auch schon gemacht, also dem ist ja auch hier so die, die blutige Suppe aus dem Mund geronnen. Und, äh, und, äh, anspucken ist auch eh generell anscheinend, äh, sehr beliebt gewesen bei diesem Paperview, aber wie du halt sagst, es gab für mich, bei mir war das halt viel krasser, ich fand halt diese erste Hälfte, weil 23 Minuten ist auch sehr, sehr viel, ähm, fand ich so, war okay, aber hat mich halt gar nicht mitgenommen, hast auch ein bisschen bei der Crowd gemerkt, die eh sehr schwankend war. Und dann gab's so, wie so'n Startschuss, wo auf einmal das genau so wurde, wie ich jetzt wollte, wo es so richtig dieses unfassbar brutale, persönliche, äh, rücksichtslose Daniel Garcia, der sich halt immer wieder hochpusht, der halt, ja quasi schon blind vor Wut ist, dass halt die Schmerzen ignoriert oder sonst was, sich da reinbettelt. Und diese zweite Hälfte fand ich richtig, richtig gut, weil das war auch, dann wurde's auch deutlich schneller, es gab dann auch, äh, mehr Konter und es gab vor allen Dingen halt einfach dieses, viel mehr hin und her. Und das hatte mir halt in der ersten Hälfte gefällt, aber in der zweiten Hälfte war das genau diese Art Match, die ich sehen wollte und diese Art Match, die auch in Daniel Garcia hilft, größer zu werden. Und das fand ich wiederum richtig, richtig gut erzählt, auch dieses, Ergon hat ja so quasi den Hulk Hogan gemacht, von ihm, ah, ja, ich, ich pushe mich hoch, pushe mich hoch, aber es reicht halt ein Finger ins Auge und schon ist die Luft wieder raus. Genau, das war hier der, der Red Death, den wir dann sozusagen gesehen haben, also wir haben jetzt hier nicht mehr den, den tanzenden Danny Garcia, den wir jetzt zuletzt gekannt haben, sondern, und ich glaub, das war die Szene und ich weiß nicht, ob das dann bei dir schon der Punkt war, wo sozusagen, äh, du dann ins Match reingekommen bist, wo er dann in wirklich nur aufsteht, äh, in Anstart, äh, nichts, nichts mehr verkauft, dann gibt's eben hier von, von MJF, äh, den, den, äh, Spuckebatzen ins Gesicht. Das war der Startpunkt. Genau, dann, dann, dann Danny Garcia beginnt hierhin, äh, ordentlich zu verprügeln und bekommt dann einen, einen Finger ins Auge und dann ist gleich mal wieder ein bisschen Pause. Aber dann hat er begonnen, hier wirklich zu kontern, also MJF wollte hier unbedingt auch einen, einen Piledriver anbringen, äh, den hat er dann gekontert in einen, in einen Boston Crab, hat dann, äh, Danny Garcia wiederum sich herausgekämpft, hat dann den Sharpshooter, also den Dragon Tamer, äh, gezeigt, mit dem er auch schon mal Brian Danielson in der Vergangenheit besiegt hatte und auch da, da lehnt er sich nach hinten und, äh, Matt Menard am Kommentar sagt schon, äh, Vorsicht, pass auf, nichts weiter, hinten der Nacken und natürlich, äh, durchzuckt ihn dann der Nackenschmerz und MJF kann hier wiederum kontern in den, äh, äh, Salt of the Earth, also das war auch eine, eine schöne Sequenz, wo sich sozusagen wirklich gegenseitig hier mal zur, zur Aufgabe bringen wollten und, ja, hat nicht so, so ganz geklappt, wie sie es wollten. Ja, also mir gefiel auch, dass du das Gefühl hattest, dass Danny Garcia, er ist immer noch, der, Entschuldigung, immer noch der, der Jungspund, würde ich halt sagen, der ein bisschen, äh, naiv ist und, ähm, mal ein bisschen den, den Kopf ausmacht in manchen Aktionen, dadurch halt einkassiert, weil er sich zu sicher fühlt und sei es halt einfach nur, dass er kurz im Publikum umschaut, das ist ihm oft, oft passiert, er ist quasi überlegen, guckt zum Publikum, ja, und aber genau in dem Moment nutzt MJF als erfahrener, äh, Wester das aus und dass man das halt erzählt hat, trotzdem so Nuancen drin waren, wo du merkst, okay, er ist aber trotzdem gereift, weil beispielsweise, wenn es halt einen Tritt in die Familienjuwelen geben soll, äh, vor MJF, Garcia weiß so, er, ich weiß, dass der kommt, ich fang den ab, also dass er halt schon dieses, ja, ich bin schon besser vorbereitet als früher, ähm, dass das mitschwingt und dass, das gefiel mir halt auch und auch dieses Gefühl, dass Garcia halt immer näher Richtung sie kommt und MJF dadurch auch immer mehr in diese, ja, eigentlich ist er ja jung, aber in diese Veteranenkiste greifen muss, also von, okay, wie komme ich da raus, wie, wie kriege ich jetzt meine Chance wieder hin, damit er mich nicht besiegt und das fand ich gut erzählt. Ja, und, äh, Danny Garcia hat ja zumindest an einem Punkt, äh, vermeintlich den Sieg auch hergeschenkt, das hat hier eine Guillotine gezeigt und der Referee nimmt eben den Arm von, äh, MJF und, ja, hebt den, um den fallen zu lassen und Danny Garcia fängt aber den Arm ab, also er ist ja sozusagen noch nicht fertig, so will er nicht gewinnen, gibt dann auch einen, äh, einen Jumping Piledriver gegen MJF, auch für einen Nearfall und dann aber MJF gewinnt wieder mal, also der Referee kurz abgelenkt, es gibt einen Low Blow und es gibt, ja, so ein Cradle, was aber so ein bisschen auch, wo es Bein einhakt, ähnlich wie so bei einem Fisherman Suplex und da hat man es eben so erklärt, also das war dann sozusagen hier auch der Sieg für MJF, was hat man so ein bisschen erklärt, also in diesem Cradle hat er hier nochmal auch den Nacken, ja, überstrapaziert, da konnte Garcia nicht mehr rauskicken und dann ist das Match aber noch nicht vorbei, also MJF hier, er dreistet sich sozusagen fast, äh, dem noch, äh, einen Handschlag anzubieten, ähm, dann schüttelt er auch tatsächlich kurz die Hand, äh, hebt hier auch die Hand von Danny Garcia, aber der, äh, zeigt seinerseits hier einen Low Blow und dann gibt's einen Piledriver von Danny Garcia vom obersten Seil, äh, ja, posiert dann noch so ein bisschen auch mit dem komplett ausgenockten MJF, so wie der das mit ihm gemacht hat zuletzt und ja, Danny Garcia geht hier durchs Publikum raus und ein bisschen Hintergrund habe ich nachgelesen, also offenbar war hier sogar geplant mal, dass Danny Garcia das Match clean gewinnen soll, der hat aber offenbar hier den neuen Vertrag noch nicht unterschrieben, jetzt hat man sich das noch ein bisschen offen gehalten, hat aber hier jetzt diese, doch noch diese starken Auftritt nach dem Match bekommen und MJF wird wohl, äh, wieder mal in einem Film mitspielen und das war jetzt ein bisschen die, die Story auch, um den mal, ich hab's mir schon gedacht, dass der Album passiert wird. Für eine Zeit ein bisschen, äh, ja, rauszuschreiben aus den aktuellen Shows. Ja, da hat er alles klug gemacht, also eigentlich hab ich auf Garcia getippt im Tippspiel, weil ich jetzt dachte, okay, der hat den Vertrag unterschrieben, ich wusste nicht, dass nicht, äh, dann machen wir es das nicht. Ich dachte auch, wobei, das hat Tony Karni vor zwei Wochen, äh, im Scrum, hat er ja so ein bisschen kryptisch, also da wurde ja explizit gefragt, hat Danny Garcia hier schon unterschrieben und da hat er halt irgendwie so ein bisschen rumgedruckst und keine klare Antwort gegeben, also es gibt wohl ein ganz gutes Angebot, äh, offenbar ja auch ein besseres als das, was die WWE, äh, vorgelegt hätte, ähm, aber es ist offenbar hier noch nicht final unterschrieben, dieses Angebot und deswegen, ja, wollte man hier offenbar noch nicht ganz stark auf Danny Garcia setzen. Ja, mal schauen, was passiert, wahrscheinlich sehen wir nochmal MJF vielleicht in der Promo oder so, dass er halt dann nochmal weinerlich sagen kann für ihn, ja, ich kann jetzt nicht mehr erwägen, bla bla bla, oder wie man das löst, keine Ahnung. Äh, ich fand's auch gut, dass Garcia jetzt nicht auf die Bühne zurückgegangen ist, sondern dieses, ja, eben dieses Jungspund, äh, Wutentbrannte, ähm, immer noch Frustrierte, aber halt auch vor allen Dingen dieses, ja, voller Zornhafte, äh, durchs Publikum rausgehen, das hat er auch in den Squash-Matches immer gemacht, das gefiel mir, ähm, das Match, wie gesagt, ich hatte Probleme reinzukommen, ähm, für mich war das so ein okay bis gutes Match, äh, weil die zweite Hälfte war halt gut, die hat mir echt gut gefallen, und vor allen Dingen hat die gezeigt, dass, ähm, Garcia halt auch wirklich Main-Card als Einzelwessler funktionieren kann, also er, er hat jetzt diesen weiteren Schritt gemacht, es fehlen noch sehr viele Schritte, aber, äh, die, die Fäde hat ihm auf jeden Fall geholfen. Ganz genau, ja. Und, ja, vor dem nächsten Match haben wir noch ein paar Clips gesehen, nämlich aus dem Backstage-Bereich hier die jeweiligen Umkleidekabinen von Swerve und vom Hangman, und die werden dort sozusagen streng bewacht von mehreren Security-Leuten. Warte, warte, da muss ich dich was fragen. Mein Gedankengang, ich weiß nicht, wie war dein Gedankengang dabei, als du die beiden gesehen hast, die da standen, in Kleidung, umringt von Security, und es dann hieß, ja, die dürfen die Kabine jetzt nicht verlassen, bis es losgeht, und ich hab nur gedacht, okay, warte mal, die sind eigentlich schon fertig angezogen, zumindest Hangman sah halt schon fertig, also, bleibt das jetzt, bleiben jetzt einfach drei Stunden da stehen, und das war's dann, und die Security guckt, ja, was hast du dir gedacht? Nein, also, ich hab mir da ehrlich gesagt gar nicht viel dabei, also, auf den Gedanken bin ich gar nicht gekommen, ich hab jetzt auch gar nicht in diesem Clip nämlich drauf geguckt, wie die angezogen sind, weil ich dachte, du willst jetzt irgendwie drauf hinaus, die waren da noch in Zivilkleidung und müssen sich jetzt hier vor den Securities umziehen, denen zu gucken, dass sie da auch nicht irgendwie, weiß nicht, eine Maschinenpistole in der Unterhose irgendwie rausschmuggeln oder so, ähm, nein, also, ja, die, die, die waren hier und waren sozusagen unter strenger Bewachung und hat gesagt, dass es auch hier um, um Backstage gibt, natürlich auch viele Gäste und Familie von Restland sind auch Backstage und so, um die alle zu schützen, dass die sich hier nicht schon vorab sozusagen Backstage massakrieren, äh, sind die sozusagen eingesperrt im jeweiligen Locker Room und, ja, müssen dort drauf warten, bis es, bis es losgeht und, ja, war dann noch eine, eine ganze Weile natürlich, äh, wie du sagst, was die, was die warten müssen. Die dürfen nicht aufs Klo, dürfen nicht trinken, die armen Jungs. Genau, das gab's doch, gab's das nicht, äh, war das nicht irgendein TNA-Match früher, wo es hieß, die waren, die, wo die, wo die Leute, äh, vermeintlich in der Storyline 24 Stunden eingesperrt waren in einem dunklen Raum, ohne Essen, ohne Trinken, ohne Schlaf und dann lässt man sie sozusagen aufeinander los, also das hätte jetzt ein bisschen, das kann auch gut aus der Zeit sein. Kann sein, äh, komm, komm, nächstes Match, da bin ich mal gespannt, was du sagst. Nächstes Match, ja, World Tag Team Title Match, äh, hat sich ja relativ kurzfristig, erst mal hatte ich, was hat sich nicht kurzfristig ergeben bei zwei Wochen Bild, aber, äh, einiges davon war natürlich längerfristig schon geplant, das hier nicht, das waren hier nämlich, äh, World Tag Team Title Match, die Young Bucks als Champions gegen den Black Bull Comet Club, also gegen Claudio Castagnoli und Willa Jutta, die sich da recht kurzfristig bei Dynamite erst ein Match erbeten haben, nachdem sie hier auch den, das hat so ein bisschen die Storyline auch vom, vom Titelmatch reingespielt, ähm, Brian Danielson wurde hier attackiert von Jack Perry, von Okada, von den Bucks und, ja, äh, Claudio und Willa hier den Safe gemacht und haben dann gesagt, eigentlich haben wir am Wochenende noch nichts zu tun, hätten wir gern ein Tag Team Title Match und das haben sie auch bekommen, ähm, ja, Match selbst hat mir gut gefallen, also, ähm, wie sagt man es jetzt, ohne dass es schlecht ging, ich meine, äh, wenn ich jetzt despektierlich sage, es war halt ein sehr gutes Young Bucks Match, ähm, dann ist das eigentlich als Lob gemeint, weil es war ein sehr gutes Young Bucks Match, aber die Young Bucks Matches, ähm, ja, die, die fließen so ein bisschen ineinander, also das ist halt, man, das ist halt Jammern auf hohem Niveau, so, oh nein, die haben ein hervorragendes Tag Team Match abgeliefert, wie langweilig, ähm, können sie es wagen? Äh, ich sag mal kurz und knapp, ich fand's richtig, richtig gut, uns hat's richtig Spaß gemacht, es war halt nicht Big Time Feeding oder sonst was, aber du hast vor allen Dingen hier etwas gehabt, was... auch konträr zum Roll-In-Match für mich halt ist, wegen halt dort was Acclaimed, ich fand, die beiden Teams haben super abonniert, ja, die haben super gut funktioniert, du hattest jeder Wrestler, also du hast die Young Bucks halt als Team, die halt gerade diese Double-Moves halt super machen, wie, wie kein anderer, äh, dann hast du Claudio, der halt als der Supermann schlechthin dargestellt wurde, als das Kraftpaket, was er ja auch ist, absolut pervers, und Willa Jutta, der halt so dieser Fighter ist, der aber auch technisch sehr gut ist, und ich fand, ja, ich vergleich's mal mit einem Kinofilm, das war jetzt halt kein Oscar-Film oder sonst was, aber das war halt so ein richtig guter Popcorn-Film für mich, wo ich mich zurücklehne, ähm, anschließend hab ich den Film wahrscheinlich auch wieder vergessen, aber ich sag einfach, ey, in der Zeit hab ich richtig Spaß gehabt, und, äh, so ging's auch Sarah, also wir saßen halt hier, und da haben einfach nur gesagt, ey, das, das macht grad richtig Spaß zuzugucken, und das ist unterhaltsam, es ist, äh, spektakulär, äh, es wurde auch irgendwann spannend, was auch immer meistens bei Young Bucks Matches irgendwann passiert, und das war für mich komplett rundes Match, wie du's genau so bringen kannst, äh, wenn du keinen wirklichen Aufbau hast und unterhalten willst, muss es auf der Kart sein, bei insgesamt echt vielen Matches, nicht zwingend, aber wenn, dann mach es bitte so, weil das nehm ich gerne, das hat mir total Laune gemacht, ich hab auch nichts zu kritisieren daran, ähm, nö. Nein, es hat es ein bisschen, also wir, wir kommen ja gleich dann noch auch drauf, was hier im, im Titelmatch und auch nach dem, dem Titelmatch dann passiert ist, ähm, es hat hier auf jeden Fall so ein bisschen nochmal etabliert, also Claudio und Wheeler, äh, tolles Team, jetzt hier halt ein bisschen Pech gehabt, sie sind ja auch, ähm, die, die aktuellen Trios Champions gemeinsam mit Pac und, ja, war ein fantastisches Match, also kann man nicht anders sagen, äh, Claudio natürlich hier, äh, ordentlich losgelegt, ist auch eine, eine gute Base natürlich für diese ganzen Moves und du hattest hier eigentlich den Blackpool Combat Club, die großteils dominieren, äh, Willa Jutta, dann mal ein bisschen in Bedrängnis, äh, dann gibt's eben den Hot Tag Richtung Claudio, dann gibt's, äh, ja, Claudio, wie du sagst, das Kraftpaket, Double Suplex, ähm, mit guter Cardio, so viel wie der gelaufen ist. Mit guter Cardio, genau, läuft ordentlich rum, teilt ordentlich aus, äh, gibt dann noch den, den Giant Swing mit über 20 Umdrehungen, ähm, ja, letztlich Claudio noch mit so einem Super European Uppercut hoch aufs oberste Seil, den Superplex runter, äh, dann soll Willa Jutta hier noch mit einem Sendenkommen, Matt, oder Matthew Jackson, äh, bekommt hier aber die Knie hoch und rollt ihn ein mit einem Cradle, damit, ja, Titel verteidigt, also jetzt nicht hier die, die große Zerstörung, nicht irgendwie hier Moor Bang, Feuer, Buck oder EVP Trigger oder, äh, TK Driver, sondern, ja, war mehr oder weniger ein Glücksgriff, äh, den hier noch mit einem Cradle zu erwischen, also auch BCC, äh, stark ausgesehen, auch als Verlierer, äh, haben wir mal so bekommen, war ein sehr gutes Match, ähm, ja, und spielt für mich ein bisschen so, auch in der Art und Weise, wie man den BCC noch dargestellt hat, äh, dann auch später noch hinein, aber. Ja, ich finde generell, in den letzten, äh, Wochen hat man es geschafft, oder Monaten, dass Claudio vom Standing her immer größer wurde. Also, ich, 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 ich sage das nicht, das ist ein Main Event, aber ich finde so, der ist so oft gewesen jetzt in größeren Matches oder in halt guten Weekly Matches oder jetzt halt hier Pay-Per-View und der war fast immer so der MVP dabei. Ja, und, ähm, ich glaube, wir, wir wissen ja jetzt dann auch bald, warum man den stark dargestellt hat, aber da kommen wir gleich dazu. Jetzt kommen wir mal, ja, zu einem Banger, anders kann man es nicht sagen, äh, AW International Title. Will Ospreay gegen Peck, also sozusagen den Dritten im Bunde bei den aktuellen Trios Champions. Der möchte sich hier aber natürlich auch den International Titel holen. Ja, hat ja auch Will Ospreay zuletzt noch, der, der war schon gedanklich ein bisschen einen Schritt weiter bei Ricochet, äh, hat sich gerecht, weil da ist er mit einem, ja, Poison Runner auf der Rampe, äh, sozusagen hier attackiert worden. Auch, wie gesagt, nicht gut für seinen Nacken. Den hat er ja auch entsprechend mit Tape hier nochmal ein bisschen unterstützt. Und ja, zweites Match aus zwischen den beiden, also 2019, äh, bei, bei RevPro hatten sie mal ein Match. Und, ja, die haben natürlich hier mal gezeigt, also ich habe hier eine ganze lange, lange, lange Liste an Moves und Spots mehr aufgeschrieben. Die werden wir jetzt hier nicht durchgehen. Doch, doch, wir machen es einfach wie bei Jericho damals bei WCW, wo er einfach so diese tausend, die tausend, die tausend, ich glaube, ich glaube, es war noch knappe tausend. Nein, aber, ähm, also ich glaube, wenn du dir irgendwie die Augen schließt und dir vorstellst, wie könnte ein Peck Will Ospreay Match aussehen, also so. Ja, was soll man dazu sagen? Also es war einfach, ähm, vom Beginn bis zum Ende absolut spektakulär. Ich fand auch sehr cool dieses Gefühl, ähm, oder ich mag gerne dieses, äh, Kräftemessen. Und zwar dieses akrobatische Kräftemessen von, ja, hier, ich kann jetzt dort rauskommen mit irgendeinem Überschlag, lande auf den Füßen, ich kann das auch, ich kann aber das, ich kann das auch. Also, das, das Kräftemessen, von dem du sprichst, hat in etwa so begonnen, dass wir, glaube ich, innerhalb von, ich glaube, es waren noch keine zwei Minuten, hat mal jeder der beiden, äh, vom Top-Rope nach draußen einen Sky-Twister-Price gezeigt. Ja, kann ich auch. Ja. Wer nicht, ne? Nein, es war einfach, sag mal so, wer ist Olf hier, ne? Olf würde jetzt erstmal jeden Move durchgehen und ich würde halt nur denken, wie war das Match, das Match Gucken für ihn, weil das Match Gucken müsste dann für ihn so gewesen sein, er schreibt ganz schnell vier, fünf Moves, dann atmet er kurz durch, weil es gibt dann immer diese zehn Sekunden Pause, dann gibt's halt die Nächsten, dann gibt's wieder halt diese kurze Pause, dann die Nächsten, der war richtig wie so Morse-Code. Das fand ich halt, super, es war spektakulär, was die beiden technisch drauf haben, ist phänomenal, ich finde immer noch, dass Pack halt auch unterschätzt ist, weil ich finde, der kann auch cooles Charakter-Work machen. Ähm, die Crowd hatte Bock, allerdings, da kriegst du halt für mich einen dicken Abzug in der B-Note. Ich fand es unsäglich, dass halt in diesen Pausen, ähm, es war auf jeden Fall eine Chicago-Code, die anders war als sonst, eine Chicago-Code, die mitgenommen werden will, aber mitgenommen werden muss, also nicht selber aktiv ist, sondern halt in den Pausen war wirklich totenstille. Also nicht mal so, ey, jetzt gehen wir noch mit, machen selber ein bisschen was, sondern da war halt ganz oft dieses, wobei das, das ist dann besser geworden. Also am Anfang, ja, irgendwann war dann dieser Punkt erreicht, wo die komplett ausgerastet sind, auch zwischendurch. Aber es zog sich für mich halt generell durch den Pay-Per-View, dass immer wenn so diese Pausen waren, wo du denkst, okay, Zuschauer, jetzt ist euer Moment, jetzt könnt ihr halt das überbrücken, baut ein bisschen Spannung auf, dass da halt nicht viel kam, aber das Mesh selber, es war halt einfach spektakulär, es gab einen Konter vom Pack und ich kann ihn nicht benennen, äh, nicht nur, weil ich müde würden, sondern einfach, weil ich den Move nicht kenne. Ich hab das noch nie gesehen. Ich weiß auch nicht, wie das anatomisch geht, dass du halt in der Luft, während du eigentlich gleich beim Überschlag auf dem Boden landen wirst, dich aber selber noch mal schneller drehst, wodurch der andere aber auf dem Boden landet. Ich weiß nicht, wie du so einen Konter machen kannst. Die haben eine Chemie-Sondergleichen und ich saß nur auf der Couch, ähm, Sarah stand irgendwann, natürlich, weil es ist ja Osprey, die fand das halt so cool, aber, ähm, irgendwann hab ich halt nur gesagt, ey, ich möchte eigentlich gar nicht Osprey-Ricochet, sondern ich möchte Osprey-Pack und Ricochet in Triple Threat Match sehen. Das hab ich mir zwischendurch auch gedacht. Also apropos Ricochet, den haben wir auch gesehen, den haben wir Backstage gesehen, der hat sich das Match, äh, angeguckt. Also der hat das... Was jeder normale Mensch macht, schräg zum Fernseher. Ja, zumindest nicht, äh, mit dem Gesicht zum Publikum und den Kopf um 180 Grad nach hinten gedreht, also es... Ich find das aber schwierig bei West Wing. Also die schönste Szene von, äh, etwas im Fernsehen andersrum hatten wir in der Pre-Show, nämlich hier die, äh, MXM, die sich ja sozusagen der eine den anderen, äh, ja, hochgehalten hat oder über die Schwelle getragen hat bei der Stunden beim Ansehen. Ähm, nein, also wir hatten hier absolut verrückte Sachen, also auch brutal, es ging dann draußen ein bisschen zur Sache, äh, Osprey in die, in die Barrikaden, in die Absperrungen hineingeworfen. Beim zweiten Mal übrigens, äh, hat er sich da nicht mehr reinwerfen lassen, sondern ich hab gedacht, dann spring ich mal und lande elegant oben auf der Barrikade und, äh, ja, spring von da einen Move, ich glaub, das war so ein Close-Line oder Flying-Form, äh, runter. Dann gab's ein Sasuke-Special, dann gab's einen Running-Moonsault nach draußen von Osprey, dann gab's so einen, ja, seinen, seinen Twisting-Kit. Äh, dann macht Peck einen Moonsault, wird gefangen, kontert aber diesen Moonsault in einen, äh, DDT und, äh, knallt hinten gleich nochmal eine, eine Liger-Bomb nach, weil, warum nicht? Ja, vor allem, allein das Fangen hätte ja schon ausgerechnet, dass du sagst, oh mein Gott, was ist das denn? Aber dann direkt der nächste Konter. Ich fand, man muss ja auch dazu sagen, es ist, ist ja auch dieser schmale Grat zwischen, äh, Spot-Monkey-Match und, äh, coole, spektakuläres Wrestling-Match. Und ich fand, bei einem Wrestling-Match halt, was richtig cool war, es war eben nicht nur dieses Spot an Spot, sondern du hast halt wirklich die ganze Zeit dieses Gefühl gehabt, ja, dieses Kräftemessen geht halt immer ins Extremere, weil jeder kann den anderen auskontern durch die Athletik, die man halt hat und durch die Technik und, äh, durch die vielen Moves, die man halt kennt und dadurch wurde halt auch, wie du halt sagst, es wurde ja auch immer brutaler und immer härter und diese, diese Steigerung, das fand ich halt so wichtig bei diesem Match, weil du halt dadurch halt auch eine Story hattest, wo du halt auch gemerkt hast, okay, der Pack ist eigentlich nie so richtig K.O., äh, wenn Osprey denkt, okay, jetzt, jetzt hab ich dich, jetzt hab ich dich. Man darf den, bei ihm gar nicht sicher sein und das hat halt auch Osprey immer mehr quasi realisiert, indem er halt beim Move, wo du denkst, okay, jetzt ist Ende, eigentlich, jetzt kann ich ihn pinnen, der aber doch noch einen hinterher macht und doch noch einen hinterher. Und das hätte er halt vorher nicht gemacht. Die, die Geschichte gefiel mir halt echt gut. Genau. Und sie, sie kennen sich halt, also sie kennen auch den jeweiligen Stil, also sie hatten halt nur dieses eine Match in der Vergangenheit, aber die, die wissen natürlich genau, was der andere macht. Also Pack zum Beispiel weiß genau, wann er sich ducken muss, wenn hier von hinten hin ein Blade kommt. Dann gibt's den, den German Suplex, wo Osprey aber sozusagen sich überrotiert auf den Beinen landet, zeigt einen Ostkater und dann haben wir halt auch wieder das, diese Geschichte. Also Osprey hier, äh, dann ist ein Nackenschmerz, dann kann er hier nicht rechtzeitig zum Cover kommen, gibt's einen Two-Count. Äh, Osprey will den Ostkater zeigen, sind sie beide am Apron draußen, äh, dann gibt's einen Counter, es gibt einen German Suplex auf den Apron, also dann gibt's einen Poison Runner auf den Apron und dann gibt's hier den Brutalizer, also nochmal hier die Attacke, äh, gegen den Nacken, wo Osprey gerade noch es irgendwie schafft, hier in die, in die Seile zu kommen. Dann soll's den Broken Arrow geben, äh, Osprey Cradled, also die, die haben hier wirklich, äh, ja, nicht nur die spektakulären Moves gezeigt, sondern auch die, die Konter jeweils zu den spektakulären Moves. Und vor allen Dingen alles sauber. Ja, alles, alles wie aus dem Bindbuch. Ja, es ist halt, es passiert so schnell, also das siehst du ja oft, wenn dann dieser Double Screen kommt und du siehst, wie schnell diese Moves waren, aber du siehst halt, wie flüssig das aussieht bei denen. Wo du halt weißt, bei anderen Uslern, die, 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 die müssten drei, viermal nachgreifen. Irgendwann wirst du ja außer Puste sein, aber ist halt bei denen gar nicht der Fall. Und, ähm, ja, mir gefiel auch, äh, am Ende wurde ja auch dieses Brutalere, dass, dieser Brutalizer, der, der hat ja Peck immer mehr ausgepackt. War einfach wirklich von, ja, ich, ich, ich geh jetzt komplett drauf und diese, ähm, dieser Ausschlag, dass du sagst, ja, Osprey ist wirklich jetzt kurz davor, dass halt diese Schmerzen, das wird halt ihm doch zu viel. Vielleicht schafft Peck es halt doch, natürlich war klar, dass er es nicht schafft, aber die Geschichte, dass halt Peck ihn immer mehr in diese Enge treibt, das finde ich sehr gut. Ja, und was ich bei den beiden auch finde, also, ähm, weil du sagst, die Perfektion ist, du hast auf der einen Seite hier Will Osprey, bei dem alles aussieht wie, wie gemalt, äh, und bei Peck sieht's auch gut aus und bei Peck hast du aber, egal was der macht, finde ich, bei jedem Move, äh, hast du noch mal so zehn Prozent, 15, 20 Prozent mehr Aggressivität drinnen und alles. Also, alleine gab's dann einen Hidden Blade, wo du dachtest, okay, jetzt ist hier vorbei und wirklich, ich glaub, das war einer der knappesten Kickouts, den ich jemals gesehen habe, wo, äh, wo Peck aber auch mit einer, mit einer Intensität einfach hier nur die, die Schulter hochreißt, ähm, ja, dann, also da, da haben wir schon dazwischen jetzt eine ganze Menge Spots ausgelassen. Es gab so Powerbomb in den Huracan, Poison Runner, Brutalizer, Hidden Blade. Das ist so ein Match, wo ich einfach sagen würde, ey, jetzt mal nicht die Moves alle aufzählen, sondern einfach, ey, guckt euch das an, weil das war einfach richtig, richtig gut, spektakulär, wenn man irgendjemandem sagen soll, ey, Wrestling ist so langweilig, einfach das Ding zeigen, dann, wo derjenige davor sitzt und finden, so, Physik, hallo, kennen die das? Nö, kennt die nicht. Das und den Main Event, ne? Dann hast du einen guten Überblick über das Wrestling. Nein, und doch, ja, Finishing Sequenz war absolut spektakulär, also auch von der, auch hier von der, ich nenne es mal, Fluidität, mit dem das alles umgesetzt war, also es gab einen, äh, Top-Rope-Auscutter, dann gab's, sollte es geben, den Stormbreaker, da haben wir kurz gedacht, ah, hier, Tiger Driver, nein, äh, Stormbreaker, der Stormbreaker wird gekontert in den Huracan Runner, wo Pack dann sozusagen hier auch noch die Beine einhakt für den Pin und Osprey kontert aus dieser Position heraus in einen Style-Sclash. Äh, es gibt den Style-Sclash, dann gibt's eine Hidden Blade und damit auch die Titelverteidigung von Osprey. Aber das ist irgendwie das, was ich meinte, so, dass er halt nach den Style-Sclash nicht sagt, ich versuch direkt den Pin, sondern, nee, komm, eigentlich könnte ich den Pin versuchen, aber das mach ich nicht, ich will auf Nummer Sicherheit gehen. Und deshalb hat mir das Finish so gut gefallen, weil das halt so logisch war, einfach, okay, das zeigt halt auch, dass Pack echt ein gefährlicher Gegner ist und, äh, ich warte gar nicht lange, weil, wenn ich dich versuche zu pinnen, kriegst du halt diese drei, vier Sekunden, um Luft zu holen und dann, bumm, nee, ich zieh direkt komplett durch, gar kein großes Warten. Und wie du halt sagst, dieses, äh, ich nenne es Fluffige, find ich schon, äh, das hat mir super gefallen. Und auch dadurch fühlt es sich nicht so an, von wegen, ja, ich hab dich komplett K.O. gehauen, sondern einfach, ich hab's geschafft, dass ich diese drei Sekunden Zeit hatte, wo du nicht fit genug warst. Und es war nicht viel mehr, weil danach waren beide ja recht schnell wieder auf dem Bein auch. Genau das ist ja die Geschichten, das hat mir so gefallen, dass es halt eben dieses Knappe war. Genau. Und ja, wir sehen dann noch Ricochet Backstage, der sich das hier anguckt, der auch applaudiert und, äh, ein bisschen später können wir vielleicht kurz vorgreifen, weil es ist spannend. Ich weiß nicht, das war eigentlich nach dem nächsten Match, ähm, wird Osprey hier Backstage interviewt von Rene Paquette, äh, ja, dann, äh, will er hier auch schon Ricochet haben, äh, kommt eigentlich so ein bisschen auf die freundliche Nummer, Ricochet aber recht aggressiv, kommt hier ins Bild und, ja, äh, Osprey gibt ihm mit, also gewinn doch mal ein paar Matches hier, also er hatte ja jetzt erst eines gegen Kyle Fletcher, ähm, aber, äh, Osprey will quasi gegen ihn wrestlen, sagt jetzt, äh, gewinn mal ein paar Matches, dann kannst du mich hier um den Titel fordern, dann gehst du zu Toni Kahn, ja, Ricochet sagt ihm, passt, mach ich. Also das Match werden wir auf jeden Fall bekommen und, ja, also gib mir... Na, da muss ich mal kurz reingrätschen, weil da, das ist für mich jetzt wichtig, wichtig ist, dieses Match will jeder sehen, das hast du ja auch schon gemerkt bei, beim Publikum, als damals Osprey rauskam, damals, vor zwei Wochen, oder halt jetzt auch, als sie zu sehen waren, das Publikum halt genau dieses Match sehen will, aber dieses Match alleine reicht mir nicht. Ich will auch, dass Ricochet ein Motiv hat, einen Charakter, also muss nicht extrem sein, aber ich möchte halt, dass da jetzt so dann ein Startschuss ist, wir erzählen jetzt, warum die beiden gegeneinander und auf welcher Seite oder wie Ricochet jetzt eigentlich zu Osprey steht, weil eigentlich wirkt halt Ricochet sehr facetisch und hat gesagt, ey, was machst du mich denn jetzt hier so blöd an? Das ist, ich hab da gar nichts gemacht, so nach dem Motto. Das war mir zu lieb. Ich möchte schon eine Kante haben. Entweder einer von beiden muss halt schon eine gewisse Aggressivität zeigen. Was ich hoffe, und ich hab ein bisschen die Hoffnung, weil jetzt sehr viele gute Video-Packages kommen. Ich hoffe, dass man, weil das erste oder das ganz spektakuläre Match, über die alle gesprochen haben, das war ja damals im Best of Super Juniors bei New Japan, dieses absolute Killer-Match, was auch Clips auf Twitter hatte. Also ich hoffe, dass man hier aus vergangenen Matches, sei es bei New Japan, sei es bei RevPro, Clips zeigt und am besten noch so mit Tweets aus der damaligen Zeit und vielleicht auch jetzt, weil wir haben ja hier diese jüngere Generation der Flyer, wir haben Dante Martin, wir haben Action & Retty, wie sie alle heißen, die vielleicht sich dann hinsetzen und sagen, ja, damals, das habe ich gesehen, das war meine Motivation, das waren sozusagen hier die Wegbereiter für diesen Stil. Also ich hoffe, dass man im Vorfeld von diesem Match schon darauf hinweist, dass es da eine Geschichte gibt, dass das bahnbrechend war, dass das schon vor Jahren für Kontroversen gesorgt hat. Damals waren sie aber noch jünger, jetzt sind sie älter, jetzt sind sie erfahrener. Also ich freue mich schon und ich hoffe, wir bekommen es auf irgendeine große Präsentation auch vor diesem Match. Und ja, wie du sagst, es soll hier natürlich um den Titel gehen, aber es soll hier natürlich auch darum gehen, sozusagen, wer ist hier der der beste High-Freyer der Welt. Spektakulärste Wrestler der Welt und ja, Pack ja vielleicht noch nicht ganz fertig, also gib mir Osprey, gib mir Pack, gib mir Ricochet, gib sie mir in jeder möglichen Kombination und knack sie mir noch mit einem Three-Way-Hindermann. Ey, ohne Witz, Toni, wenn du zuhörst, wir wissen, Toni hört immer zu. Pack die drei in ein Match, sag den Jungs, ey, 60 Minuten Zeitlimit, aber ich gebe euch nichts vor, wenn ihr 60 Minuten machen wollt, macht einfach, ihr dürft machen, was ihr wollt. Ich lehne mich zurück, ich nehme das, ich gebe acht Bananen schon vorher, es ist mehr. Ich würde es direkt nehmen. So, aber direkt nehmen, ich muss es, da eigentlich leitest du über, das finde ich auch sehr schön, dass du das machst, weil ich kann sowas nicht. Aber ich muss überleiten, weil ich möchte nämlich den einen Satz sagen, den ich nie gedacht hätte, den ich sagen würde, unpopular Opinion wahrscheinlich, aber wir kommen jetzt zu meinem Match of the Night. Es ist bei mir tatsächlich sehr ähnlich und normalerweise würdest du ja sagen, also, puh, die armen Schweine, die hier einem Pack-Osprey-Match folgen müssen, das ist quasi hier der Deathspot, also, ähm, da hätten wir uns jetzt vielleicht erwartet, äh, das war ja bei All-In ganz ähnlich hier mit dem, ähm, Mercedes-Monet gegen Britt Baker-Match, die so ein bisschen in der unglücklichen Position war und da denkst du dir, okay, diesem Match jetzt irgendwie folgen, das wird schwierig, was, was bekommen wir da? Und das haben wir bekommen, wir haben bekommen den, äh, Chicago-Street-Fight, Willow Nightingale gegen Chris Statlander, wo man sich im Vorfeld gedacht hat, okay, die hatten jetzt ein paar Matches, das wird ganz nett werden, äh, was die mal gemacht haben, ist komplett dezent die Hütte abgerissen und wahrscheinlich eins der, der besten Frauen-Matches in den USA der letzten 20 Jahre hingelegt, würde ich mal so als kleinen Aufhänger behaupten. Ja, also, ich weiß auch nicht, was ich dazu sagen soll, schon beim Entrance hattest du das Gefühl, Statlander, ich finde den Team-Song so unfassbar schlecht, weil er so belanglos ist, zieht kaum Reaktionen, alles klar, Willow kommt raus, komplett over, hat schon ein Outfit an, wo du denkst, so, ja, das Outfit hat sie halt schon mal, das macht sie halt, wenn die halt brutale Matches macht und das passt halt zu ihr und dann legen die beiden einfach los und liefern halt nicht nur, wir haben schon sehr brutale und spektakuläre Matches von Frauen gesehen bei AEW, aber noch nie in diesem Tempo. Also, ich hab auch bei Männern, ich hab glaube ich selten einen Streetfight gesehen, der dieses Tempo hatte, die haben 15 Minuten gehabt und die haben 15 Minuten halt einfach abgerissen ohne Pause und die haben so viele Sachen gemacht, ja, ich mag Brutalität, ich schäme mich dafür und so weiter, aber das war halt einfach, ich hätte niemals gedacht, dass man so viele Waffen einsetzt, so viele Varianten, aber das Match war von ersten Sekunden an eine Schlacht, das war einfach nur eine absolute Schlacht, wo beide knallhart durchgezogen haben, es gab auch kein Zurück, es gab immer wieder dieses, eigentlich mag ich das Gekreischen nicht oder sonst was, aber hier war das immer dieses, wie soll man sagen, wenn Willow vor Wut schon nach den ersten paar Moms direkt schreit, dass sie sich halt selber pusht, das ist so fast schon so animalisch irre Gladiatoren mäßig. Ey, wir saßen davor, wir konnten nicht glauben, was wir da sehen, weil das war einfach, es war unfassbar gut, aber es war halt auch in einem Flow sondergleichen, es war halt, ich sag die ganze Zeit, halt, nicht halt, let's go, es war fantastisch, ich, mein Highlight war auf jeden Fall der Glasspot, ich nehme es einfach vorweg, auf der Rante oben, den habe ich nicht kommen sehen, auf einmal hauen die, hat Willow da halt einfach die Glasstangen, die Neonröhren waren das, die zusammengetapten, ja. Auf, auf, äh, Kuss drauf und ich denke, alles klar, wie soll das hier noch mehr eskalieren, aber dann ist es halt wieder der Punkt, es eskaliert halt immer mehr, da ist ein Tisch neben der Rampe, alles klar, ich hau dich nicht nur da durch, sondern wir springen mit voller Wucht durch und ich, ähm, ich kritisier das oftmals bei den Frauenmatches bei AEW, weil es halt viele Wrestlerinnen leider machen, dieses Sloppy-Wrestling, also halt, die, die machen einen Schlag, weil das sieht halt immer so, so sanft aus, so vorsichtig oder gehen halt in die Seile, aber kurz vorher bremsen sie ein bisschen, Woodbaker macht das sehr oft zum Beispiel und die beiden hier haben aber einfach durchgezogen, da war so ein Schwung in jedem Move drin und so viel Power, holy shit, das war, ich, ich kann da nichts meckern, das ist mein Match noch so, nein, ich fand das, ich hab's niemals gedacht, aber es war ja fantastisch und die 15 Minuten haben sich angefühlt wie zwei. Ja, also es ging ja auch schon mal wirklich sehr, sehr schnell los, also Stokely bringt hier schon einen Stuhl mit zum Ring, äh, Statlinder will sofort damit zuschlagen, Willow duckt sich durch, es gibt einen Pounce, es gibt eine Buckelbomb, es gibt einen Cannonball in die Ecke, das waren's, glaub ich, mal so die, die ersten 30 Sekunden, äh, dann... Genau, eben 30 Sekunden, dann du, 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 du... Dann gibt's den nächsten großen Spot, äh, Statlinder powerbombt hier Willow vom E-Brain nach draußen und zwar gleich durch mal den, den Announce-Table durch, den's auch, äh, im Gegensatz zu dem härtesten Announce-Table aller Zeiten bei Gunther gegen Randy Orton, den's, äh, sofort, äh, wunderbar zerbröselt, äh, dann, dann stellt sie draußen noch einen weiteren Tisch aus, den, äh, den, äh, den Stokely derweil, äh, hergezaubert hat in der Zwischenzeit und, ja, dann gab's nochmal den ersten, also da hab ich wirklich laut aufgeschrien, äh, Willow ist am Tisch, Statlinder vom Top-Rope will hier, äh, ja, so einen Sommersault-Senten zeigen, also tag den auch, äh, Willow rollt sich herunter, ist ein bisschen zu langsam und bekommt noch in voller Wucht die, die Beine von Statlinder hinten in den Kopf und den Nacken, also das ist dann Kandidatin Nummer 5 mit, äh, mit Nackenproblemen wahrscheinlich, ähm, demnächst, dann gibt's aber sofort den, den Pounce durch die Barrikaden durch, also die Barrikaden brechen unter dieser, äh, das sah so fett groß, ne? Unter diesen Masse. Wann siehst du das denn bei Frauenmatches, mal ernsthaft? Ich mein, ich hab, das war damals schon, den, den hat, glaub ich, Claudio im, im Tag die Match schon angeknackst, ich glaub, das war die gleiche, das war die gleiche, also die, aber Willow hat ihn dann endgültig, äh, hat die, die Barrikaden oder die Absperrung dann endgültig, ähm, zerstört, genau, und dann kamen wir zu dem, zu dem Spot, den du schon gesagt hast, sie, sie braulen dann die Rampe hoch, äh, Stokely bringt hier so einen ganzen Mülleimer voll, ja, Klump an, äh, diversen, diverses Zeug, genau, ähm, läuft dann aber gleich mal davon, damit er selbst nichts abkriegt, ähm, Stadländer holt sich hier einen, äh, Barbed Wire Baseballbet und dann eben hier haben wir diese Szene, die du angesprochen hast, also so ein paar zusammengebundene Leuchtstoffröhren, die hier mal dezent am Schädel von Chris Stadländer zertrümmert werden, die beginnt dann auch gleich mal zu bluten, entsprechend, wie es eben, äh, ja, so sein muss, es geht wieder zurück in den Ring, dann gibt's mal Body Slams, also auch Stadländer Body Slammt hier entsprechend Willow und, ja, Willow holt sich eine Kette, Stad holt sich eine, äh, einen Beutel Buntes, im Endeffekt sind's hier natürlich, äh, Reißzwecken, Thumbtags, genau, ja, und dann, dann geht's mal richtig los, also es gibt hier mal ordentlich mit der Kette, es, äh, und dann soll's hier eben die, die Thumbtags geben und, äh, auch ein sehr schöner Spot, den hab ich so noch nicht gesehen, vor allem noch nicht bei den Männern, äh, natürlich, ähm, Stadländer will hier einen X-Kick zeigen, äh, Willow, ja, ist nicht da, wo sie vermutet wird und Chris Stadländer landet dann sozusagen hier im Spagat in den Thumbtags und bekommt, ja, ein paar Tags in den Allerwertesten, also haben sie einen Kommentar gesagt, viel Spaß dann beim Heimflug die nächsten Tage, also auch das natürlich ein Spot, den, den hab ich so noch nicht gesehen. Naja, äh, aber es ging ja auch weiter, also ich, ich find generell, äh, auch diese Thumbtags, auch Respekt an beiden, muss man auch einfach sagen, die haben ja, äh, komplett auch, ähm, einkassiert und genommen, wie, wie es halt nur ging, Stadländer ist ja auch mehrfach auf die Thumbtags gefallen, äh, die hat ja auch überall in, in ihrer Haut drin und die sollen ja unfassbar wehtun, ich find das immer schlimm, aber es sieht halt spektakulär aus. Also ich glaub, es tut, was ich gehört habe, dass, dass sie drinstecken ist nicht so schlimm, äh, das Rausziehen ist das, was wirklich wehtut. Er hat mal Mick Foley gesagt, dass es, äh, er hat ja sogar gesagt, dass es nichts Schlimmeres gibt, als dieses Rausziehen von diesen Reißzwecken, äh, äh, ja, was soll man sagen? Vielleicht, fragen wir mal nach dem Main Event nach, vielleicht ist auch das Rausziehen von Büroklamm, äh, von, von, äh, wie heißen die Dinger, die Staples, äh, Heftzwecken. Heftzwecken, genau. Oder? Äh, ja, auf jeden Fall, ich hatte das auch mal in den Fingern drin. Im Finger ist das auch sehr unangenehm, ich hatte das mal unangenehm. Ja, 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 das ist schön. Ähm. Komm, komm, du hast die Liste von den Moves, hau die Moves alle raus. Was hatten wir noch? Ja, wir hatten so noch einen Spanish Fly vom Top Rope, also von Stadländer. Ja, nebenbei. Ähm, genau, dann gibt's noch ein Discus Lariat von Willow mit der, nein, Stadländer Discus Lariat mit der Kette, äh, und dann holt sich Chris Stadländer noch, ja, also wir haben ja das, das Strap-Match beim Berschein Berlin erst gesehen, jetzt hier sozusagen ein Strap, aber nicht als Strap, sondern als Kette, also eine Kette mit eben diesen, ähm, ja, ähm, Arm, äh, Armgelenks. Armmanschette. Armmanschetten, genau, danke. Genau, dann, dann. Ja, das fand ich aber immer cool, dass, äh, Stadländer hat das bei, erst mal hat die das bei Willow angelegt, aber hat immer wieder halt kurz nachgetreten, was ich gut finde, damit halt halt nicht jemand minutenlang quasi ruhig bleiben muss. Äh, sie selber hat sich das nicht anlegen können, schreit da quasi die Web an, von wegen, so legt das mir an, verdammt nochmal. Fand ich super. Genau, also sie hat dann noch so ein spontanes, äh, Kettenmatch initiiert, mitten im Streetfight, hat die beiden sozusagen hier verbunden, dann gibt's noch, äh, Willow, äh, bekommt's noch zu fassen, gibt einen Spinebuster, einen Double-Close-Line, dann Stadländer hier mit einem Tombstone, also auch der Move, äh, kommt durchaus inflationär zum Einsatz an diesem Abend, und was macht's, Stadländer, also das Ganze ist ja jetzt hier, das war einmal kurzfristig, als, als CMLL-Titelmatch angekündigt, ähm, ist es jetzt nicht, weil Willow hier nämlich, äh, in, wann ist es, ja, nächste Woche, nächsten Freitag, ähm, hier bei der 91st Anniversary Show von CMLL eben den Titel verteidigen wird, deswegen, äh, ja, hier das Titelmatch wieder abgesagt, äh, warum, weil Chris Stadländer nämlich gewonnen hat, sie zeigt hier dann einen Camel-Klatsch, wo sie aber nochmal die, die Kette um den Nacken, in den Mund hinein, ums Gesicht legt, einmal komplett drum einfach, einmal komplett drum, und ja, Willow muss hier aufgeben, also, wie du sagst, ja, Match of the Night, äh, bin ich, bin ich fast dabei, also es gab sehr, sehr viele gute Matches, aber ich hab auch, ich hab nach dem Match, und ich hab's noch ein bisschen auch auf, auf Twitter, so die, die Stimmungslage, also jetzt unter den Wrestling-Journalisten, äh, eingefangen, und da waren auch manche Leute dabei, die gesagt haben, so, war das jetzt hier das bessere Match als Osprey und Peck noch, also, die, da stehen wir nicht alleine da, ich glaub, die allgemeine Stimmung ist, das war wirklich ein absolut fantastisches Match, und ja, für mich, die beiden auch ganz oben, was die, die Frauen angeht, bei, bei AEW, also, ich, ich hoffe, dass uns die noch, noch lange und in der Form auch erhalten bleiben werden, die beiden. Ja, definitiv, also, Stedländer braucht aber einen anderen Themesong, bleib ich dabei, die brauchen einen anderen Entrance, weil die, sie ist halt im Ring so stark, und jetzt hat man endlich auch ein bisschen Charakter, dadurch, dass sie halt so heelisch ist, dann gibt ihr auch einen Themesong, der direkt ballert, der halt auch diese, diese Kraft unterstreicht, die sie ja hat, und ich find da, diesen Themesong, der ist so weich, und sie ist halt so die stärkste Frau im Monster, hm, passt für mich nicht, aber faktisch jeder weiß, sie ist fantastisch im Ring und hat das hier auch abgeliefert, und Willow, ich bin ehrlich, also, als sie angefangen hat, als ich die zum ersten Mal gesehen hab, bei AEW, dachte ich so, ja, die ist cool, die hat was drauf, aber ich hab das halt nicht gedacht, okay, die wird total klingen, weil ich dachte, das Gimmick ist blöd, aber die bringt so viel mit, die hat sich auch so entwickelt, ich find, die ist am Mikrofon die beste Frau im Monster, mit Abstand mittlerweile. Ja, absolut, absolut. Brutal gut, wie die das macht, sie wirkt super authentisch, und im Ring, find ich halt auch, liefert sie halt ab, und jetzt auch diese brutale Seite, das, auch ihr Shirt fand ich super, ähm, die hat was, und die hat was richtig Großes, und du bist quasi dabei, genau diese Entwicklung zu sehen von jemandem, der echt Potenzial hat, aber der jetzt grad ein Star wird, und sie connectet mit der Crowd, das muss man auch sagen. Absolut, das ist jetzt Charisma ohne Ende, und das ist für mich, also wir haben, natürlich haben wir Britt Baker, die diese Women's Division hochgehalten hat, wir haben die diversen japanischen Wrestlerinnen, wir haben jetzt Mariah May, die man sehr, sehr gut darstellt, aber für mich, da bin ich bei dir, also Willow Nightingale ist so das komplette Package, die ist gut am Mikro, die hat diese Crowd-Connection, die ist unglaublich charismatisch, die ist unglaublich gut im Ring, also, ähm, das ist ja schon wann, wann, das letztes Jahr, das, äh, den Main Event gegen, ähm, Athena beim Ring of Honor Pay-Per-View, da hat sie ja auch schon unglaublich abgeliefert, also, für mich hat die tatsächlich das Potenzial, wo wahrscheinlich keiner damit gerechnet hätte, als die erstmals aufgetaucht ist, dass die der erste richtig, richtig große weibliche Superstar werden kann, und für mich muss die eigentlich auch, ist das auch die, die irgendwann Mercedes wieder diesen, diesen Titel abnimmt in, in Zukunft, ja. Ja, also, ja, für, für sie muss die Reise einfach nur straight nach oben gehen, weil das ist, äh, brutal gut, und was ich bei ihr auch mag, ähm, sie ist ja eigentlich eine Big Woman, kämpft aber gar nicht so, also, ich finde auch, ihr, ihr, ihre Matches sind nicht eindimensional, sie spult immer das Gleiche ab, sondern sind halt sehr unterschiedlich, und jetzt auch in dem Match, eben das mit diesen, mit diesen Schreien, das geht mir halt sonst auf den Keks, aber bei ihr wirkt es halt so nachvollziehbar in der Storyline, in diesen Matchen, diese ganze Wut, obwohl sie eigentlich immer lächelt. Und, ach, herrlich, also das, das Match war, ähm, super. Und auch, und auch Chris Deadlander natürlich, äh, darf man nicht unterschlagen, also auch die liefert eigentlich immer ab, und auch, auch die profitiert halt von dieser Rolle, also, wenn ich denke, zu Beginn hier als, als, äh, vermeintlicher Halb-Alien und so, das war so ein bisschen, ja, daneben gegriffen, aber mittlerweile, also jetzt hier als, als echter Mensch und echter Badass kommt die wirklich gut rüber auch. Äh, Willow ist generell großartig, vor allen Dingen, sie ist ja eigentlich so, eine Big Woman kämpft aber halt gar nicht wie eine Big Woman, sondern ist halt, ähm, auch viel variabler, ist nicht eindimensional, dass sie halt immer dasselbe Match abliefert und so weiter, und wie du halt schon sagst, ähm, Deadlander ist ja auch super. Und bei Deadlander sehe ich das halt so, ich habe immer das Gefühl, da ist jetzt mittlerweile richtig viel Potenzial und es fehlen nur so ganz kleine Stellschrauben, die man drehen muss, nur ein bisschen drehen, ein bisschen anderer Simpsons, vielleicht ein bisschen anderes Outfit, bis das ein bisschen anderes Auftreten und schon hast du auch einen weiteren Topstar. Also beide im Ring fantastisch und vor allen Dingen, dieses Match hat auch beiden super geholfen vom Standing her, weil jeder, der das Match gesehen hat, der hat jetzt die beiden komplett auf der Matte. Also, Richtig. Ja, und dann ging's gleich mal weiter mit dem nächsten Titelmatch, auch mit dem nächsten hochkarätig besetzten Titelmatch, nämlich hier der Continental Title, 4-Way, hatten wir bei Coalition am Freitag erst die drei Qualifikationsmatches und, ja, wenig überraschend haben auch hier die drei sozusagen gewonnen, die gewinnen sollten. Also, wir hatten hier natürlich Kazuchika Okada als Champion gegen Mark Briscoe, gegen Orange Cassidy und gegen Konoske Takeshda und auch die haben sich nicht lumpen lassen, also die haben abgeliefert, die vier. Ich habe Lob und Tadel zugleich. Ich bin ja kein Japan-Gucker, ich weiß allerdings, Okada ist halt der Name schlechthin. Für mich bei AEW bisher halt gar nicht. Und bei diesem Match habe ich mir halt irgendwann gedacht, musste das auf der Kart sein? Ist es genau das, was Okada hilft? Und meine Antwort ist nein, auf keinen Fall. Weil in diesem Match hast du nämlich gesehen, was ihm geholfen hätte und was ihm helfen wird, was auch jetzt wahrscheinlich als nächstes kommen muss, auf jeden Fall, eine Fede, und zwar eine Fede gegen Takeshda, und zwar alleine. Weil Okada, siehst du halt bei AEW, außer in den Weeklys, halt in Pepegoos, dauernd in Multiman-Matches. Und ich weiß halt nicht warum, weil gerade in diesen Multiman-Matches habe ich als Zuschauer, der noch keine richtige Bindung zu ihm hat, gar nicht die Chance, eine Bindung richtig aufzubauen, weil das Match, nehme ich vorweg, war echt cool. Das war jetzt aber auch, aber halt echt cool im Sinne von, hau mir das in der Weekly als Main-Event raus und ich sage, richtig, richtig geil. Hau mir das in Pepegoos raus und ich sage, ja, hat richtig Spaß gemacht, aber das habe ich auch schnell wieder vergessen. Und deswegen Lob und Tadel zugleich, weil ich fand es echt cool. Das Ding war null langweilig, hatte kein bisschen Längen, jeder Charakter hatte seine Stärken. Du hast genau gemerkt, als Okada und Takeshda im Ring waren, das ist eigentlich das, was die Leute aber sehen wollen. Absolut, ja. Das hatten wir ja auch. Dann kommt hier Orange Cassidy rein, stört das Ganze. Wir haben ja relativ wenige Spots bekommen mit den beiden. Und ja, auch am Ende hin natürlich hier Okada wirft ihn dann noch aus dem Ring, damit er hier keine Gefahr mehr ist. Und ich greife das ein bisschen auf. Also ich bin komplett bei dir. Ich will diese Fede sehen. Ich will dieses Einzelmatch sehen. Nur, als die beiden mal, ich glaube, sie hatten so ein, zwei Spots, wo sie zusammengearbeitet haben. Und das sind ja auch, das sind große, imposante, unglaublich athletische, gut aussehende, junge japanische Männer, die ja beide auch sozusagen in der, die ja beide vom Publikum eigentlich geliebt werden, die aber beide hier als Heals auftreten. Und als ich die Zusammenarbeiten gesehen habe, habe ich mir eigentlich gedacht, ich will die beiden als Tag-Team haben. Nein. Doch. Und zwar will ich, ich will, dass hier Okada sozusagen aus diesem Elite-Stable mit den Bugs rauskommt. Und dass er hier gemeinsam mit Takeshda sich die Titel holt von den Bugs. Da hätte sie nämlich auch mal eine schöne Fede und ein schönes Match. Und dann will ich einfach, dass die beiden ein Jahr lang komplett durch alle möglichen Tag-Teams, ich will, dass die den AEW-Tag-Team-Roster dermaßen dezimieren, dass Tony Khan hier schon von außen aus Japan, aus Mexiko, aus England die Teams ankaren muss, weil es niemanden gibt, der diese beiden Alpha-Männer besiegen kann. Und nach einem Jahr gibt mir nochmal eine große Singles-Fede zwischen den beiden. Aber mein Fiebertraum und mein Ziel für 2025 ist, ich will hier Okada und Takeshda als Dominantes, ich will die als moderne japanische Road-Warriors sehen. Okay, das eine schließt ja das andere nicht aus. Ich würde nur den Weg anpassen. Ich möchte unbedingt, ich finde, Okada braucht eine Sache, und zwar nur eine Sache bei AEW, ganz, ganz dringend eine richtige Fede, und zwar eine Singles-Fede. Ja, das steht außer Frage. Und das wäre halt für mich, eigentlich, du hast es jetzt angeteast, du hast halt gemerkt, die Leute haben Bock drauf, dann mach es auch. Und wahrscheinlich kann auch Okada mit dem in Ring-Style von Takeshda eher klarkommen, als halt bei den ganzen Multimam-Matches mit Situationen und sonst was. Weil bislang, bin ich halt ehrlich, eigentlich haben die Leute Bock auf ihn, aber du merkst halt, dass alle dieses Gefühl haben, der zündet halt noch gar nicht. Und deswegen brauche das Match, um mal darauf zu kommen, weil wir machen ja Review, keine Preview. Ich finde, das Match war halt genau das, was du eigentlich sehen musst, weil alle Charaktere hatten halt so ihre Stärken, der Hintergrund von jedem wurde halt dargestellt. Takeshda, es wurde halt 48 Mal gesagt, der Alpha, was ich auch sehr klug finde, weil er ist auch so aufgetreten. Das war halt wirklich der Hühne, den du quasi legen musst. Auf der anderen Seite Busco, der halt komplett durchgeknallt ist und eh über seine eigene Gesundheit nicht viel nachdenkt. Orange Cassidy, der natürlich seine Comedy-Momente hat, aber dann halt auch komplett, ja, durchdreht oder aggressiv wird, wie man ihn erkennt, passt. Du weißt, Busco und Cassidy sind zusammen, also haben sie halt kurz diesen Zeitlupen-Schlag abtauscht, nur um abzuklatschen und dann alles klar, jetzt geben wir uns das richtig. Es war alles komplett rundgebuckt und es hat wirklich Bock gemacht. Ich finde auch, Okada sah in dem Match deutlich besser aus als sonst. Aber für mich ist immer noch so ein Pay-Per-View und deswegen kann ich das halt so schlecht, genau, in der Weekly würde ich sagen, ey, das war ein fantastischer Main-Event. Ich wiederhole mich jetzt, aber einfach im Pay-Per-View ist das für mich einfach so ein Match gewesen, wo ich im Nachgang dachte, hat richtig Bock gemacht, aber Toni, musste das jetzt unbedingt beim Pay-Per-View sein? Meine ehrliche Antwort, es hätte nicht geschadet, wenn das weggewiesen wäre. Da hätten wir halt einfach 15, 20 Minuten kürzendem Pay-Per-View gehabt und ich wäre früher am Pay-Per-View gegangen. Das schon, aber ich glaube, dass wir wirklich jetzt als Resultat von diesem Match eben die große Okada Takeshda-Fede oder zumindest mal das große Einzelmatch bekommen werden. Und ja, wie gesagt, also in meinem Kopf, irgendwann merken sie beide, weder Don Callis noch die Young Bucks tun ihnen gut. Sie sollten sich zusammenschließen und sollten hier die Weltherrschaft an sich reißen. Ja, im Match selbst, also was ich auch sehr schön fand, ich glaube, wir hatten mal ja sicher drei Minuten lang eine Suplex-Galerie. Also ich glaube, da hat jeder... Außer bei Cassidy, der hat ihn geschafft. Ja, genau. Orange Cassidy hat es irgendwie nie hinbekommen, aber ich glaube, es gab wirklich mal drei Minuten, wo sie sich einfach nur mal abwechselnd gegenseitig alle gesuplexed haben. Also auch das mal sehr schön. Dann hast du so, wie wir haben es angesprochen, also Brisco und Orange Cassidy, die mal ein bisschen so die leichten Jobs austeilen, bis es dann hier mal ordentlich zur Sache geht. Und dann, das waren halt genau solche Spots, wie ich es meine, also Okada und Takeshda, die gemeinsam hier parallel German Suplexes austeilen. Und dann gab es hier, dann gab es den Face-Off, dann gab es die Vorarms, dann gab es den Okada-Dropkick und ja, kleines Preview. Also es sollte einen Rainmaker geben und Takeshda allerdings duckt sich dann da weg, es gibt eine Blue Thunderbomb. Und dann war es aber mit den beiden schon wieder vorbei, weil dann kommt hier Orange Cassidy vom Top-Rope angeflogen. Und auch da, Takeshda fängt ihn einfach auf. Ich meine, klar, Orange Cassidy ist jetzt nicht der größte und schwerste Wrestler der Welt, aber so einfach mal aus der Luft gegriffen, aufs Turnbuckle, Superblacks, Brisco mit dem Froggy Bow, Okada macht hier den Save. Also du siehst schon, Okada hat hier durchaus auch Angst, seinen Titel zu verlieren, ohne dass er irgendwie involviert ist, greift auch immer wieder ins Match entsprechend ein. Also war schon eine runde Geschichte das Ganze. Ja, es passt ja auch zu den letzten Wochen. Also wenn Okada halt einen Titel verteidigt hat und er knapp von einer Niederlage war oder halt eigentlich verloren hätte, vielleicht sogar, dass er dann halt einfach gesagt hat, ist egal, meinetwegen lass ich mich auszählen oder ich halte mich noch an diesen Seil fest, damit halt das Zeitlimit erreicht ist oder sonst was. Und hier war es halt auch einfach dieses, ich greife sofort ein, wenn ich die Gefahr sehe und ich nutze auch am Ende halt die Chance, wenn ich die sehe und mir egal, ob das halt dominant war oder sonst was, sondern einfach Sieg ist Sieg. Und das ist ja halt die Geschichte der letzten Wochen gewesen. Genau, und wir haben eben auch gesehen, also der Einzige, den hier Okada eben nicht besiegen oder ausschalten kann, das ist eben Takeshita, weil zum Finish hin, also es gibt ja den, es sollte den Orange Punch geben hier noch gegen Takeshita. Der beantwortet das einfach mit einer harten rechten Hand, also der weicht da geschickt aus, zack. Dann will er hier das Raging Fire zeigen und dann kommt eben Okada, wirft den raus. Es gibt einen Rainmaker gegen Brisco, dann kommt Orange nochmal mit einem Roll-Up, dann gibt es einen Rainmaker gegen Orange Cassidy und damit ist die Geschichte und der Titel auch verteidigt, aber sozusagen den Rainmaker gegen Takeshita, den haben wir nicht gesehen und das ist auch gut so und ja, ich hoffe, dieses Match sind wir oder gib mir ein Best of Five zwischen den beiden, dann haben wir ein paar Wochen was zu tun. Vor allen Dingen, ich habe ganz vergessen, ich rede die ganze Zeit, Okada braucht eine Fede, Takeshita ist komplett underweighted, also zumindest wie man ihn einsetzt. Er braucht unbedingt eine Fede. Vor allem der war, ich meine, du sagst, New Japan und so guckst du nicht wirklich regelmäßig, aber Takeshita war jetzt auch im Sommer in Japan im G1 und der hat dann absolut abgeliefert, also es war einer, wenn nicht der MVP des Turniers, der hatte glaube ich kein schlechtes Match und auch da, ich glaube, das hat man jetzt mal kurz angesprochen, ja, der hatte hier, also vor dem Comeback, der hatte einen erfolgreichen Run bei New Japan, aber der ist ein absoluter Killer, ein absolutes Ass, also den musst du eigentlich hier ganz oben in der Card dauerhaft mit drin haben, genauso wie Okada. Ja, vor allen Dingen, er braucht Charakter, also er hat halt so viel Ausschränkung, wie du halt richtig sagtest, die Leute lieben ihn ja, obwohl er Heel ist, weil er halt so gut im Ring ist, egal welches Match du von ihm siehst, es ist halt immer gut. Und jetzt, aber Westing ist ja mehr als nur im Ring, sondern halt auch dieses Charakter und er braucht unbedingt diese Fede, deswegen, ey, mach eine Fede zwischen den beiden, die können auch meinetwegen japanisch minder reden, mit Untertitel ist mir egal, aber ich möchte, dass beide dadurch einen Charakter kriegen, weil der fehlt mir einfach noch, dass es dann richtig klickt und bei dem Match, nochmal, mein Fazit, es hat echt Spaß gemacht, ohne Wenn und Aber, nur halt, wie soll man sagen, wäre es nicht da gewesen, hätte es mir nicht gefehlt. Das ist nicht auf die Matchqualität bezogen, sondern einfach nur allgemein auf die Karte, es hätte mir nichts gefehlt. Ja, absolut, absolut. So, jetzt wird es, ach, jetzt wird es schlimm. Ich weiß gar nicht, ob es so schlimm war, also, glaube ich, was du meinst, TBS-Title, Mercedes Monet gegen Hikaru Schieder und, ja, Mercedes tanzt hier nicht, tänzelt hier nicht dumm, also Camille ja auch sozusagen darf nicht mit am Ring sein und Monet startet hier eigentlich gleich stark los, also es gibt gleich mal einen Ground and Pound, sie will hier sozusagen gleich mal offensiv an die Sache rangehen, Schieder packt hier gleich mal die Dropkick-Galor aus, gibt vier Dropkicks hintereinander, Monet mit einer Toprope, Powerbomb, Double Knees, straight jacket joke, also es geht hier eigentlich schon mal ordentlich los. Es ging ordentlich los, ich kann auch final sagen, eigentlich wäre das Match okay bis gut gewesen, sogar für mich oder wahrscheinlich eher gut, aber ich muss es halt vorwegnehmen, weil das hat halt alles überschattet. Es ist halt ein bisschen wie so ein Autounfall gewesen, der halt immer schlimmer wurde, weil das Problem ist einfach irgendwann, das Match ging 16 Minuten, sagen wir dann so, nach 10 Minuten fing halt an, sich diese Extensions, Perücke, was auch immer das ist, bei Monet zu lösen. Erst ein bisschen, aber dadurch war sie halt die ganze Zeit damit beschäftigt, das wieder zurückzuziehen. Und Hikaru greift dann rein und Monet war noch gar nicht so weit, weil die noch dabei war, die Perücke oder, ich weiß nicht, was es ist, ich tippe mal darauf, dass es irgendwie halb Perücke, halb Extensions ist. Ich schätze mal, das sind irgendwelche Extensions, ja. Auf jeden Fall ist es halt immer schlimmer geworden und die letzten Minuten, die waren ja im Grunde genommen ein einziger Abfuck, muss man halt einfach so sagen, das hast du auch im Publikum gemerkt, lag halt einfach nur daran, dass Monet keine anderen Gedanken hat und ich kann das komplett verstehen und Sorge, außer mir darf das jetzt nicht runterfallen oder nicht rausrutschen. Ja, das war so ein bisschen so, wie wir es bei Ronda Rousey in der WWE lange gesehen haben mit ihren Outfits. Also die hatte immer irgendein Outfit an, das hier ständig verrutscht ist und das halbe Match war sie damit beschäftigt, irgendwie dieses Outfit wieder zurecht zu zupfen. Ja, und ich dachte, verdammt nochmal, zieh dir halt was anderes an, wenn das Ding ständig nicht dort ist, wo es hingehört und bei Mercedes ist es halt vielleicht auch so. Also ja, das war noch schlimmer. Der Look ist cool, aber wenn das, also ich hoffe auch, dass das das Fazit für die Zukunft ist, wenn das Zeug dir ständig aus den Haaren rausrutscht, dann mach halt was anderes damit. Also wir sind ja hier nicht beim Show-Off der schönsten Frisuren, sondern beim Wrestling und dann mach halt was anderes mit den Haaren. Also muss man auch sagen, sie hatte ja viele Matches, wo das eigentlich nicht passiert, aber dieses Mal ist das halt einfach so. Es war halt wirklich so, dass sie sich komplett gelöst hat. Du hast auch irgendwann gesehen, das war halt das Schlimme daran. Sie hat halt nur versucht, irgendwie die Haare festzuhalten, während sie zum Beispiel getreten wird oder sonst was, aber hat halt gar nicht mehr darauf reagiert, weil sie nur Angst hatte. Das kann ich komplett verstehen. Da kann auch eigentlich niemand was für. Also es ist keine Verurteilung gegenüberhanden. Aber halt nur versucht hat, dieses Ding festzuhalten. Dann hat auch Shida irgendwann reingegriffen, wo das schon richtig, richtig locker war. Also ganz locker. Wo Monet auch ganz schnell zu ihr sagte, nimm die Hand weg, nimm die Hand weg. Das ist locker. Auf keinen Fall. Und Shida musste halt dann was anderes machen, was eigentlich geplant war. Weil sie durfte halt auf keinen Fall irgendwie Richtung Haare gehen. Und dadurch hattest du halt diese Schlussphase. Was heißt die Schlussphase? Ich würde halt sagen, das waren so die letzten drei Minuten, dreieinhalb Minuten. Was halt wirklich, das war so ein Fremdschämen und es tat mir halt so leid, weil eigentlich haben beide bis dahin ein gutes Match gehabt. Und wahrscheinlich, wenn die Schlussphase normal gewesen wäre, wäre das wahrscheinlich richtig so, wow, Spannung, dieser Peak. Aber diesen Peak konntest du halt gar nicht haben, weil du diese permanente Angst hattest und dieses Greifen. Sie hat, und ich konnte nicht mehr weggucken, weil sie an nichts anderes gegriffen hat als daran. Also sie hat kurz einen Move gemacht, direkt, und du hast auch gesehen, wie das alles verrutscht ist. Also es wäre wirklich abgefallen wahrscheinlich. Und mir tat das so leid und das war halt so schlimm, aber dadurch war das Match, und das muss man auch mal ehrlich sagen, wurde das dann halt auch runtergezogen bis zum Gehtnichtmehrer. Weil ein Match lebt ja nicht nur von wegen der Anfangsphase war cool oder der Mittelteil war gut, sondern ja von dieser Geschichte, die du erzählst und diesen Aufbau und vor allen Dingen diesen Berg, den du am Ende hochgehst. Und diesen Berg am Ende gab es nicht. Der war nicht möglich, weil du einfach nur, und jeder hat das in der Halle gesehen, nur gesehen hast, wie Mercedes die ganze Zeit das runterzieht, vorne zieht, vorne zieht, vorne zieht und dann irgendwann nur noch festhielt. Und deswegen, ey, das war echt schlimm anzugucken. Das war so unangenehm. Ja, weil das Match an sich, so vom Aufbau her war gut, also wir hatten hier die, wir hatten die Three Amigos, wir hatten den Frog Splash, wo Cheetah dann noch die Knie hochbringt. Dann kommt Cheetah hier wiederum mit drei Falcon Arrows zurück. Monet dann mit einem Kneebreaker, Dragonscrew, Backstabber. Also es geht hier auch dann gegen die Beine, was ja dann auch noch eine Rolle spielt. Ja, und dann geht es ein bisschen weiter. Dann soll es hier noch den Kendo-Stick, der soll hier noch zum Einsatz kommen. Monet wird hier noch in den Ringpfosten, also draußen, wo der Kendo-Stick ist, geht so schräg am Ringpfosten vorbei. Monet wird da reingezogen. Und ja, Cheetah nimmt den dann in den Ring. Aber Referee sagt hier, also Achtung, Disqualifikation. Sie wirft ihn dann auch entsprechend weg. Meteora geht daneben. Dann blockt sie nochmal den Moneymaker. Und Monet sozusagen attackiert hier nochmal von hinten das Knie. Und dann gibt es ja auch den Moneymaker für den Sieg. Camille kommt dann noch raus. Also vom Matchaufbau und von der Art und Weise, wie die zwei miteinander gearbeitet haben, war es eigentlich gut. Aber wie du sagst, diese ganze H-Geschichte hat halt für eine Ablenkung gesorgt, die halt nicht notwendig gewesen wäre. Bist du diplomatisch? Die hat dann einfach das Finish komplett kaputt gemacht. Also es ist, wie gesagt, es sieht halt auch doof aus. Du hast es bei der Code ja auch gemerkt, dass halt, du siehst Aktionen und wie die andere Person halt gar nicht mehr darauf reagieren kann oder gar nicht mehr richtig reagiert. Du merkst, gefühlt so der Rest war irgendwie so, lass es irgendwie durchziehen und wir müssen ein bisschen auch improvisieren. Also da war halt dieser Fluss, der vorher da war, der war halt nicht da. Deswegen, ich bin ehrlich, war für mich der Downer schlechthin auf der Kart. War für mich der schlechteste Match auf der Kart, in der Man-Kart. Ähm, mitunter auch deshalb wäre es aber vielleicht auch so gewesen. Ja, also Mercedes-Monnaie, sie hatte ja ihre guten Matches. Also gegen Willow, gegen Stephanie Verkehr. Auch das Match wäre, glaube ich, nicht schlecht gewesen. Aber worüber sprechen wir? Also wenn wir von den Frauenmatches sprechen, wir sprechen ja hier von Willow und Chris Detlander und nicht von Mercedes-Monnaie, die mit sehr viel Geld und sehr viel Lob eigentlich gekommen ist. Also, ähm, die funktioniert schon grundsätzlich auch als Heal zum Glück jetzt mittlerweile ganz gut. Aber so diese Killer-Matches, die wir uns erwartet hätten, die haben wir noch nicht ganz so gesehen, wie wir es, wie wir es gerne hätten. Also ich bin da sehr gespannt auch, wie es mit ihr die nächsten Monate weitergehen wird. Ja, auch da, ich glaube, sie braucht so, ich habe es gedacht, dass es Bud Baker wird, aber ich glaube, das wird es nicht. Ich glaube, was Monet braucht, ist so einen richtigen Erzfeind oder halt so diesen organischen Gegner. Bei WWE konntest du halt sagen, okay, Gegner wäre halt eigentlich so Charlotte gewesen. Wo du weißt, okay, oder meinetwegen Bayley. Ja, in der WWE hattest du halt diesen Vorteil, dass du halt diese vier Frauen hattest, die wirklich sozusagen gleichzeitig zu großen Stars aufgestiegen sind. Und die konntest du halt immer in irgendeiner Konstellation gegeneinander bringen. Und bei AEW, ja, du hast auf der einen Seite hier natürlich die Tony Storm, Mariah May-Geschichte, wo die waren miteinander beschäftigt. Und wie du sagst, du bräuchtest eigentlich hier aus der mittlerweile ja recht starken Women's Division bei AEW jemanden, der hier wirklich Gegenwind erzeugen kann. Ja, vor allem, wo es sich so natürlich anfühlt. Momentan fühlt sich das noch ein bisschen an wie, ja, wir lassen sie ankommen. Ich glaube, man hat sich von Bridget Baker und Monet genau das eigentlich erhofft, dass das diese... Dachten wir ja auch im Vorfeld und vom Build-Up. Aber das Match war halt dann, ja, so wie es eben war. Für mich jetzt die nächste Kandidatin, wo ich sagen würde, das könnte dann die natürliche Gegnerin sein, wäre eine Jamie Hayter. Bin ich ehrlich? Das macht Sinn, ja. Die wird sich jetzt hier, also die Soraya-Geschichte wird ja hoffentlich halbwegs zeitnah abgefrühstückt werden. Und dann könnte man das hier natürlich angehen, ja. Ja, vor allen Dingen auch noch eine Gegnerin, wo du weißt, okay, da wird die Match-Qualität halt dann mithalten können. Aber da muss was passieren. Ja, mir tut es halt leid. Sheeda war schön over. Das hat mir gefallen, weil es hat sich verdient. Aber, ja, es war das schlechteste Match des Abends. Ich hätte ansonsten noch auf Mina Shirakawa getippt, aber ich denke mal, die wird auch eher mal in der Toni Storm, Mariah May-Geschichte drin sein. Weil ich glaube, die wäre vom Charisma und vom Auftreten her, wird das gut passen mit Britt. Aber das ist nichts, was ich in unmittelbarer Zukunft sehe. Nee, muss ich nicht haben. Aber unmittelbare Zukunft, bei Danielson hat er nicht mehr so eine lange Zukunft. Boah, was eine Überleitung. Jack Perry eine sehr lange Zukunft vor sich hat, weil er ist ja so jung. Nächstes Match. Genau, AEW World Title. Brian Danielson gegen Jack Perry sozusagen mit der inoffiziellen Stipulation. Also bei All-In hatten wir hier Karriere beendet beim Verlust. Jetzt hat Brian Danielson selbst gesagt, also er wird seine Karriere jetzt nicht beenden. Er wird den Titel verteidigen. Aber es geht in die Richtung, die ich, glaube ich, auch beim All-In Preview angesteuert habe. Nämlich Danielson sagt, ich werde darum kämpfen. Ich werde meinen Titel verteidigen. Aber wenn ich den Titel verliere, dann ist hier meine Vollzeitkarriere beendet. Also nicht die komplette Pensionierung, habe ich doch gesagt. Also Nacken-OP steht an. Das heißt, ich gehe mal davon aus, ab dem Zeitpunkt, wo der hier den Titel abgibt, lässt er sich wirklich mal den Nacken richten. Dann werden wir ihn längere Zeit nicht sehen. Und dann werden wir wohl so die zwei bis drei Mal im Jahr Brian Danielson-Highlights bekommen, wenn es noch möglich ist danach. Wenn es noch möglich ist. Aber kommen wir erstmal, bevor wir zum Match kommen. Ich fand cool, ich mag generell Videos. Und ich finde bei Jack Perry, Olf sieht es komplett anders. Ich finde, er zündet bei mir, er klickt bei mir. Ich finde ihn unfassbar gut zum Hassen, weil er so unsympathisch ist und so arrogant. Aber ich finde, bei ihm ist, er hat halt genau diese Kleinigkeiten gemacht. Dieses bisschen Tunen hier und da. Dieses Scapegoat finde ich halt cool, dass das durchgezogen wird. Und auch vom Design her, der Auftritt und jetzt auch der Look beim Video, dass er halt in seinen Truck kommt, den wir ja schon kennen, mit ein bisschen Blutfarbe dran und alles so ein bisschen abgewrackt und grungy. Er kommt zur Halle gefahren, steigt aus, einfach auch mit einem Outfit nach dem Motto, geht mir hier um nichts Großes. Es ist ja nur ein Titel. Die Young Bucks empfangen ihn mit der Maske und haben ja auch schon angekündigt, dass sie alles machen werden, damit er auch den Titel kriegt. Und so kommt er zum Ring samt maskierten Begleitern. Das fühlte sich direkt groß an und auch richtig an. Also ich finde, bei ihm macht man auf jeden Fall dieses Gimmick sehr, sehr stimmig. Ja, also ich bin auch ein großer Freund von Jack Perry. Ich finde auch der, also es ist 1000 zu 1 natürlich zum alten Jungle Boy Gimmick und auch zu dem Heal-Charakter, den er eben, ja, vor, also es gibt in Wahrheit ja, es gibt Jack Perry vor All-In 2023 und nach All-In 2023. Und ich glaube, dem konnte fast nichts Besseres passieren. Also das ist das eine große Positive aus diesem, aus dieser ganzen dummen CM Punk-Geschichte bei EW. Jack Perry ist da gestärkt daraus hervorgegangen. Und auch in diesem Match gut funktioniert und auch dann, wenn wir zum Finish kommen. Also da zieht sich für mich auch so ein bisschen eine Erzählweise durch bei Jack Perry. Nämlich der, er gewinnt zwar nicht immer, aber er nimmt sozusagen, wie drückt man es richtig aus? Er lässt sich nicht brechen. Genau, also er, wenn er mal verliert, dann verliert er. Aber er, genau, wie du sagst, ja, er verbiegt sich dabei nicht. Und er nimmt es dann einfach so hin. Ich finde, es ist sogar noch mehr als dieses, ich lasse mich nicht brechen, sondern einfach im Zuge einer Niederlage zeigt er trotzdem eine unfassbare Arroganz. Ja, also ich, wie sagt man auf Englisch, defiant sozusagen. Ja, also wenn er, Finish, wir gehen gleich durchs Match, aber erst mal Finish. Wenn du halt einfach dastehst, vor allem so, ja, komm, besieg mich. Ich weiß, du hast mich besiegt, aber dabei halt einfach dieses Gönnerhafte hat und dieses Arrogante, das ist halt schon stark. Weil faktisch muss man ja auch sagen, in den ganzen letzten Matches, auch in den großen Schlachten, Jack Perry hat nie aufgegeben. Egal, was passiert ist. Auch wenn du ihn anzünden wolltest. Genau. Der hätte auch gebrannt. Der hätte alles gemacht. Und das ist einfach dieses, ich lasse alles über mich ergehen, dann gewinne halt. Aber so, trotzdem sehe ich mich halt nicht als Schwäche an. Das finde ich halt heftig. Was ich auch vielsagend finde, halt auch zu dieser, diesen inoffiziellen, ja, wenn Bayern den Titel verliert, dann war es das, dass er zu Paper View Matches zu feinen Countdown rauskommt. Ich hätte es halt nicht gedacht, aber das sagt halt für mich alles auch, weil es auf den Titans hohen Outer drauf stand. Weil das passt halt so sehr. Es ist halt der finale Countdown. Wenn du einmal verloren hast, war es das. Ende aus. Genau. Also Toni Kahn hat gesagt, sie haben jetzt mittlerweile einen ganz guten Deal mit Europe abgeschlossen, weil früher haben sie, glaube ich, wirklich pro Song ordentlich auf den Tisch gelegt. Jetzt dürften sie da irgendwie was gedreht haben, dass sie diesen Song halt regelmäßig einsetzen dürfen. Also ich finde es, ich finde es cool, dass er jetzt hier bei den großen Matches damit rauskommt. Und ja, der Final Countdown steht uns ja bevor. Also wir kommen ja gleich dann, gehen wir mal durchs Match durch und dann gehen wir vor allem durch, durch das, was nach dem Match passiert ist. Das ist nämlich mindestens so eine große Geschichte, wenn nicht größer als das Match selber. Aber Jack Perry hier auf jeden Fall, also auch wieder mit seiner Arroganz, was er zunächst mal macht, ist, dass er, ja, er ist fast ein bisschen der bessere Wrestler als Brian Danielson. Also er zeigt hier ein bisschen seine Dominanz, bis Brian dann halt hier auch das Romero-Special auspackt. Dann gibt es so einen Sommersault aus Händen von Brian nach draußen. Dann geht es auf den A-Brain und da gibt es aber auch dann schon wieder einen Superkick von Perry und einen Draping DDT nach draußen. Das heißt, er lässt sich hier auch nicht unterbuttern und ja, packt hier auch mal ein bisschen die schwereren Geschütze aus. Ja, und vor allen Dingen zeigt er, ich fand halt, die Story war für mich gerade im ersten Drittel vorigen Jahr, ich bin vielleicht jung, aber eigentlich halte ich mich viel besser als du es bist und ich kann halt auf alles, was du machst, antworten. Auch wenn du halt der Typ bist mit tausend Griffen, mit tausend Moves und so weiter. Ich finde meine Antwort irgendwie schon und ich werde es dir halt zeigen. Und er hat ja auch quasi das ja auch immer so zelebriert, wenn er halt dann Brian quasi überrascht hat und so in Brians Reaktion auch langsam so eine Art Frust sich aufbaute. Aber genau das er Jack Perry halt auch wollte. Genau, wir haben ja auch gesehen, also zu Beginn noch den Clip von, ich glaube es war Anarchy in der Arena, wo ja auch Jack Perry derjenige war, der Brian Danielson gepinnt hat. Also dass hier Darby Allen sozusagen an den Beinen hochgehängt war und Danielson neben ihm gekniet ist, dann gab es hier das Running Knee und tatsächlich schon mal den etablierten Pinfall über den jetzigen Champion. Und ja, das ging dann weiter, denn Jack Perry zeigt hier zum Beispiel auch die Kettle Mutilation, also eigentlich ja einen der Moves von Brian Danielson. Den haben wir vorhin schon gesehen, den hat auch Willa Jutta im Tag Team Match gezeigt. Aber auch hier Perry sagt, ich kann auch alles, was du kannst. Ich kann auch deine Moves und ja, vielleicht besiege ich dich nicht damit, aber ich demütige dich zumindest, indem ich dich hier in deinen eigenen Move nehme. Ja, das hat er ja, also generell muss man auch sagen, sein Finishing Move ähnelt ja auch dem von Brian sehr. Also das ist ja schon fast wie eine dreiste Kopie. Nicht einfach eine Kopie, sondern so Dreistigkeit. Und wie du es halt schon sagst, es ist ja auch nicht nur der Move gewesen, sondern er hat ja mehrere Moves im Matchverlauf, gerade auch zum Ende hin, ja quasi kopiert und selber gebracht. Wo ja auch die Kommentatoren das sehr gut, haben sehr gut drauf hingewiesen jedes Mal. Und das ist halt ja auch im Grunde genommen das Frechste, was du machen kannst gegenüber einem Veteranen. Weil da kommt wieder das Alter ins Spiel. Das kannst du beim normalen Wrestler machen als Gegner, aber nicht bei so einer Legende quasi. Und das gefiel mir richtig gut bei der Geschichte. Und mir gefiel auch umgekehrt dann gut Bynes Reaktion, die dann immer mehr so zwitschte, von wegen so, ja, dann geh ich mal Richtung Lehrer. Und ich zeig dir, dass du halt eben doch noch nicht alles kannst. Und so entstand ein sehr dynamisches Hin und Her, fand ich. Und das Match hatte für mich halt zwei Phasen. Dieses immer weiter steigern, von wegen so, okay, ich zeig dir jetzt mal langsam, dass ich der Lehrer bin und sag mal, oder ich hol dich mal auf den Boden der Tatsachen zurück. Ich denke, Perry aber doch immer wieder mal auch eine freche Antwort einfach zeigte. Und dann die zweite Phase war dann einfach für mich, ja, ich aufheige den Großmeister, die Legende und mache damit den größten Fehler ever, weil in dem Moment ist es halt weg von, ja, ich will jetzt eine kleine Lektion verpassen, zu hin, okay, jetzt war's das, das ist so dreist, ich vermöbel dich, damit du halt genau weißt, wo du hingehörst, dass ich halt der Topgoat bin, so gesehen. Genau. Ja, wir haben die Snare-Trap ja auch gesehen, also auch hier, Bosaico-Knee wird gekontert, es gibt die Snare-Trap, Danielson kommt hier noch ins Seil hinein, es geht ein bisschen hin und her und dann soll es hier nochmal ein Bosaico-Knee geben und da zieht eben Jack Perry hier den Referee in den Weg, Referee ist ausgeschaltet und ja, da, also es gibt noch so einen Back-Suplex von Daniel Bryan, wo er dann hier eben auch die, ja, die, die Kicks, also I'm gonna kick your head in machen möchte, aber da sind natürlich hier die Young Bucks, haben es angekündigt, sie werden alles tun, damit hier Jack Perry gewinnt, also Run-In von den Young Bucks, es gibt den TK-Driver, es soll dann noch den EVP-Trigger geben, da kommen allerdings dann hier Claudio und Willa Jutta rein, ja, jagen erstmal hier die Bucks aus der Halle durchs Publikum, Referee kommt langsam wieder zu sich, wird so ein bisschen hochgezogen, Running Knee von Jack Perry, aber da nochmal ein Kick-Out von Danielson und dann kommt hier natürlich Jack Perry mit den, ja, Tritten gegen den Kopf, da gibt es auch hier nochmal so den quasi Yes-Chant als No-Chant von Jack Perry hier mit den Mittelfingern. Aber auch das wieder dieses, nicht nur eine Kopie, sondern diese dreiste Kopie, dieses, immer dieses Überhebliche dabei. Genau, und da, das bekommt er aber dann, weil dann will er hier einerseits wirklich dann Busaico Knee zeigen und das war auch sehr schön, also sozusagen, er springt schon los und in der Luft springt aber Danielson von der anderen Seite und es gibt sozusagen das Busaico Knee, das ihn hier aus der Luft ist. Und ja, jetzt mal, wenn er so ein Busaico Knee eingesteckt hat, Jack Perry ist er ja wirklich hier wie eine Gummipuppe durch den Ring geschossen. Genau, und dann haben wir dann diesen Spot, den du schon angesprochen hast, also es gibt hier die Ohrfeigen gegen Brian Danielson, aber der, ja, der geht hier einfach nur nach vorne, sagt er, nein, also das gebe ich dir nicht. Beginnt seinerseits hier mit den Ohrfeigen, es gibt den Superkick von Jack Perry, es gibt als Antwort die Spinning Lariat von Brian Danielson, dann Perry wieder springt hier ins Leere. Es gibt noch ein Busaico Knee, aber auch hier, wieder nur der Zweickhund, also Jack Perry auf jeden Fall sieht hier sehr stark aus, dann gibt es eben die Dritte gegen den Kopf und dann haben wir eben das. Also Jack Perry kommt auf die Knie, streckt sozusagen die Arme von sich, sagt, ja, komm doch, mach mal, ich nehme das jetzt einfach hin. Busaico Knee und Daniel, Brian, beziehungsweise Brian Danielson natürlich, gewinnt hier, Titelverteidigung, Final Countdown, sagt, okay, Match ist erledigt, Titelverteidigung 1 ist im Kasten. Halt, 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 ich muss jetzt kurz, in dem Moment muss ich noch was sagen, weil in dem Moment, das ist der Moment, wo der Pay-Per-View die Leute spaltet, genau ab dem Moment, und zwar nicht nur der Moment selber, sondern ab dem Moment geht wahrscheinlich die Beurteilung von diesem Pay-Per-View komplett ausländern und ich muss halt darauf hinweisen, weil ich finde das wichtig, was wir hier beide sagen, ist komplett subjektiv. Wenn es jemand anders sieht, absolut okay, weil ab jetzt wird es ja krank. Ja, ab jetzt wird es großartig, würde ich fast sagen. Also, ja, natürlich, wir sind hier subjektiv und jeder darf seine Meinung haben, aber gehen wir mal weiter. Also, Brian Danielson feiert hier Final Countdown, wir sagen hier, okay, erstes Match erledigt, wir werden Brian Danielson weiterhin sehen als Champion, es kommt noch ein weiteres Match. Wer wird es denn sein? Wir beginnen schon ein bisschen zu überlegen, wer könnte denn als nächstes hier am Plan stehen? Also, wir wissen ja, Darby Allen bekommt ja hier sein Titelmatch, das steht ja schon fest. Plötzlich steht allerdings hier Killswitch im Ring, also der ehemalige Luchasaurus attackiert hier Brian Danielson. Es gibt so einen kleinen Face-Off mit Jack Perry, weil die beiden haben ja natürlich hier ihre lange, lange Geschichte auch miteinander. Und dann ist aber schon klar, also hier der ehemalige Luchasaurus kommt natürlich jetzt nicht, um irgendwie seinen alten Freund zu helfen, sondern um seinem neuen Papa zu helfen, denn Christian kommt hier zum Ring mit Shayna, mit Nick Wayne und der hat hier natürlich das Gauntlet gewonnen bei All-In. Das heißt, so Money in the Bank mäßig, der kann hier jederzeit sich sein Titelmatch holen. Das heißt, der kommt mal zum Ring und wir denken unschein, okay, was passiert jetzt? Wird jetzt hier Brian Danielson den Titel verlieren? Wird der Killswitch vielleicht doch gegen Christian turnen? Darauf warten wir ja auch schon lange. Aber es passiert was ganz was anderes, denn plötzlich steht hier Jon Moxley am Ring. Und Jon Moxley haben wir jetzt vor zwei Wochen wieder gesehen bei Dynamite zurück mit Marina Shafir, ein bisschen fernab vom Blackpool Combat Club eigentlich. Also wussten wir nicht, ist der da überhaupt noch dabei? Hat noch so Sätze gesagt wie, das ist hier nicht mehr deine Company, es braucht hier ein bisschen mehr Respekt. Steht hier mal Jon Moxley. Alleine hier sich den Dreien in den Weg. Aber aus dem Publikum kommen hier Claudio, es kommen Willa Jutta, es kommt Peck. Also es stehen hier vier Mann hoch, der quasi neue Blackpool Combat Club inklusive Peck, stellen sich hier mal in den Weg und Christian sagt, okay, das war nicht meine Wette, ich möchte natürlich hier nur meinen Titelmatch einsetzen, wenn ich auch einen Vorteil habe, dann gehe ich einfach wieder. Und dann denkst du, okay, Moxley weiterhin beim BCC. Geht in den Ring, es gibt eine ganz herzliche, das ist auch das erste Mal, dass ja Moxley und Brian Danielson wieder aufeinandertreffen. Er war ja bei All In nicht dabei. Es gibt eine ganz herzliche Umarmung. Er küsst ihn sogar hier auf die Stirn. Sie stellen sich auf, Hände hoch, Moxley geht ein bisschen zur Seite. Denkt sich, okay, der macht mir so den Lone Wolf, der geht jetzt durchs Publikum wieder nach Hause. Geschichte gegessen. Nicht ganz. Ja, Cesaro sieht das anders. Cesaro im weißen T-Shirt. Im offiziellen Brian Danielson Merchandising-Shirt, nämlich alle hier schön in weiß. Ja, haut Brian Danielson zu Boden, Moxley kommt und es steht eine Kuppenrektion. Sehr schön, da muss ich vielleicht ein bisschen reingestellt. Du siehst, es gibt einen European Uppercut und Brian Danielson ist hier nicht irgendwie ausgenockt oder so, sondern er sitzt mal da mit so einem Gesichtsausdruck, was zur Hölle ist denn jetzt los? Wieso machst du das? Dieser Schock, warum machst du das? Genau, und während ihr hier noch geschockt ist, genau, kommt hier Moxley von hinten. Ja, das ist, wie gesagt, also ich kann komplett verstehen, wenn das jetzt ganz auseinander geht. Er kommt von hinten mit einer Plastiktüte und zieht sie bei Danielson brutals über den Kopf. Und man weiß halt, so kann man halt jemanden auch töten, muss man halt einfach mal so aussprechen. Willa Jutta ist selber geschockt, was da passiert, will eingreifen. Das ist auch sehr schön, ich glaube, du siehst es dann, ich weiß gar nicht, ob es eine Wiederholung gab oder ob ich den Clip dann nochmal auf Twitter gesehen habe. Was du nämlich siehst, und das haben sie wirklich fantastisch gemacht, also es gibt hier, die stehen hier alle da, Hände in die Höhe, es gibt den Uppercut. Und im Hintergrund, also wer sozusagen nicht Hände in die Höhe hat, sind Peck und Willa, die umarmen sich nämlich hier im Hintergrund. Also Peck umarmt hier Jutta, Jutta umarmt ihn zurück. Und während hier sozusagen Danielson den Uppercut bekommt und dann gleich Moxley mit der Tüte kommt, siehst du nämlich im Hintergrund, dass Peck Willa Jutta in dieser Umarmung festhält, drückt ihn gegen die Seile. Dann siehst du noch, wie Willa Jutta auch absolut fantastisch ist. Der ist sozusagen hier nicht eingeweiht in den ganzen Spaß. Und als Moxley dann mit der Tüte kommt, will Willa Jutta sich sogar nochmal, also da siehst du richtig, die Energie, der will sich losreißen, aber Peck nimmt ihn in so eine Art Head-and-Arm-Joke und hindert ihn halt daran, einzugreifen. Aber ohne Schlag, muss man sagen. Unschlag, genau. Er hält ihn einfach nur fest, wenn er so, hey, du bist einer von uns, lass das einfach geschehen. Nach dem Motto, hey, das ist alles richtig so und er versteht die Welt nicht mehr. Und die Bilder, die da erzeugt werden, die sind absolut fantastisch gemacht von der Umsetzung her, muss man einfach so sagen. Das ist komplett schockierend gewesen. Willa Jutta spielt die Rolle, dieses Dramatische, fast schon dieses flehende, von wegen so, Elba Simpsons, hör doch auf, der ist schon fast tot. Zeigt gleich Moxley, der einfach komplett skrupellos und fast ohne Emotionen halt diese Tüte, weil Denison über den Kopf festzieht, bis nun geht nicht mehr. Genau. Marina Shaffir kommt zwischenzüglich auch noch in den Ring, die kümmert sich hier um den Referee. Ja, und du siehst halt auch noch bei den Aufnahmen das Gesicht von Denison, weil die Tüte auch noch durchsichtig ist und du siehst halt bei diesen Atemzügen, wie die halt, irgendwann wird diese Tüte hauteng. Also wirklich, dann liegt die halt an wie beim Vakuum. Und ich gebe zu, und dasselbe hast du auch in der Halle gemerkt, da wurde es totenstille. Das war jetzt auch nicht mit Schänden oder sonst was oder Buen, sondern es wurde echt totenstill. Und bei mir auf der Couch habe ich nur gesehen, wie Sarah irgendwann den Kopf weggedreht hat. Und ich gebe zu, und deswegen kann ich komplett verstehen, wenn das auseinander geht, die Umsetzung absolut fantastisch. Ich weiß, dass es so einen Spot auch schon im Wrestling gab, Aber es war sehr schwer zu ertragen, das zu sehen. Genau. Und das ist halt wirklich einer der wenigen Spots, die wir im Laufe der Jahre nicht ganz inflationär gesehen haben. Also wir haben den gesehen, ganz berühmt, vor fast auf den Tag genau 35 Jahren. Also nicht ganz auf den Tag, aber 1989, ich glaube es war Great American Bash, Terry Funk und Ric Flair. Also Terry Funk, der hier reinkommt und Ric Flair fast hier mit dem Plastiksack erstickt. Ich glaube, es gab dann noch mal 2006, Expo Ring of Honor mit, ich glaube, Steve Carino hatte auch einen Spot, aber der wird sehr wenig eingesetzt. Und auch interessant, das haben Leute auch, ich habe das damals auch irgendwie mitbekommen, Eddie Kingston hat eigentlich diesen Spot vorgeschlagen. Der wollte das damals in seiner Fede mit Chris Jericho machen. Also ich weiß nicht, ob er dann, wahrscheinlich wäre er derjenige gewesen, der hier mit der Plastiktüte über dem Kopf geendet wäre. Und interessanterweise hat Tony Khan damals gesagt, nein, machen wir nicht. Jetzt mittlerweile hat er seine Meinung wohl geändert. Ist wohl hier von Moxley und Brian Danielson überzeugt worden. Aber ja, also absolut, EW hat auch gesagt, wir zeigen diesen Clip hier nicht auf Social Media und wir, sowas können wir absolut nicht gutheißen. Also es hat noch entsprechend verkauft. Aber waren natürlich absolut schockierende Bilder. Apropos verkauft, die Kommentatoren haben das ganz so unerträglicher, halt noch unerträglicher gemacht. Wenn du halt einen JR hörst, der halt sagt von mir so, ey, das hat nichts mehr mit Wrestling zu tun. Das möchte ich nie wieder sehen. Hört auf damit. Das ist nicht normal. Also auch im Nachgang, als das schon vorbei war, hat er sich halt aufgeregt und es wirkte halt sogar sehr echt, dass er halt echt pisst war, vor allem, dass man sowas macht und sowas zeigt. Aber man wird auf jeden Fall für Schlag sorgen. Die Umsetzung war, wie gesagt, jetzt mal rein von der Produktion her und von der Ausführung her fantastisch. Wenn du diesen Spot machen willst, ist es absolut fantastisch. Ich kann aber auch verstehen, wenn da halt Zuschauer sind, die halt sagen, ey, das muss ich nicht sehen oder das sollten vor allen Dingen andere Leute nicht sehen. Andererseits muss ich halt da wieder, das Subjektive, ich kann das komplett verstehen und es war auch echt für mich sehr schwer, das auch zu gucken. Aber das Subjektive von mir, dass ich anschließend dachte, obwohl ich ja still war, von wegen so, okay, was geht hier vor und ich will wissen, wie das weitergeht. Weil ich will vor allen Dingen wissen, das ist ja die ganze Zeit, seit Mox jetzt zurück ist, eben, du sagtest ja auch den Satz, das ist nicht mehr deine Company zu Tony Schwan. Was hat das eigentlich auf sich? Was ist der Plan? Und bislang wurde noch nichts gesagt, was genau der Plan ist. Was ist das überhaupt? Ist das eine Gruppierung? Was passiert da jetzt innerhalb der Gruppierung? Was wollen die? Was ist das Ziel, Zweck? Ist es Zerstörung? Ist es Anarchie oder sonst irgendwas? Und wenn das in der richtig großen Storyline mündet, sage ich, okay, heftiger Spot. Wir hatten bei AEW schon sehr heftige Spots, auch mit Glas, ich sage immer noch schön groß an Kenny Omega, die man nicht unbedingt sehen muss, den Olaf auch sehr schlimm fand, was ich auch verstehen kann. Dann fand ich das super cool, wenn es nicht in einer richtig gigantisch geruhten Story endet, gebe ich halt zu, ich muss das nicht nochmal sehen. Also ich war halt nur froh zu sehen, als irgendwann mal bei den Scenen hast du halt gesehen, dass Dennis unten am Hals so quasi sich eine Lücke verschafft hat. Weil bei allem Lob für die Umsetzung, wie gut es ist, wenn man das falsch umsetzt, wenn Moxie, keine Ahnung, nicht mitkriegt, dass gerade Dennis den Finger rausrutschen, kann das unfassbar gefährlich sein. Und deswegen, Hut ab, die haben es sicher gemacht, die haben super Verkauf, auch bei Dennis, man muss ja auch sagen, den Spot macht ein Wrestler nicht, wenn er nicht den selber vorschlägt. Das ist, glaube ich, kein Spot, den man so vorgeschlagen punktet, okay, dann mache ich das halt. Aber es war heftig, richtig, also es war mit das Heftigste, was ich im Westen so lange gesehen habe, bin ich ehrlich. Genau, und es ist dann auch ja sofort sozusagen hier die Ärzte zum Ring, also sofort die Plastiktüte herunter aufgerissen und mit einem Sauerstoffgerät hier Danielson wieder, ja, Sauerstoff zugeführt. Und auch wirklich, also das machen sie ja auch sehr gut, dieses, dieser, also nicht jetzt Wiederbelebungsversuch, aber das, das machst du eben ja auch, also ich kenne das noch, ich habe mal meinen, meinen Zivildienst vor vielen, vielen Jahren, auch schon wieder 20 Jahre her, ich bin alt, war ich ja auch hier im Rettungsdienst tätig und das war ja auch so, also wenn du irgendwo einen Bewusstlosen findest, gibt es so ein paar Kniffe und Kniffe, die du, die du machen kannst, um zu sehen, dass der halt wieder irgendwie wach wird, das ist halt so irgendwie, so Zwicken ins Ohrläppchen oder was man hier gemacht hat, so mit den, mit den Fingerknöcheln so übers, übers Brustbein reiben, weil das ist halt so relativ unangenehm, also wenn der nicht komplett weggetreten ist, dann werden die Leute da auch wieder wach, also ich sage mal, als wenn das so ein Besoffener oder sowas ist und also das hat man schon sehr, sehr realistisch auch dargestellt und umgesetzt und ja, also ich habe mir ja schon im Vorfeld gedacht, ich dachte mir, Danielson will sicherlich sozusagen am Ende seiner Karriere, der will nochmal gegen all seine Kumpels antreten, der will sicher noch sein Match gegen Claudio, der will sein Match gegen Moxley, der will vielleicht noch ein Match gegen Willa Jutta und ja, das Schöne ist, das werden wir wohl jetzt alles in irgendeiner Form bekommen und ja, Dabi Allen hat ja hier in zwei Wochen bei Dynamite in Upper Ash Stadium seinen Titel schaut und auch den hat ja Moxley schon hier ja, herausgefordert und hat gesagt, komm mal, ich will mit dir reden, also ich denke mal, die nächsten Dynamite-Episoden vor allem werden hier sehr, sehr spannend werden, was, wie die Geschichte weitergeht. Ja, vor allem, du hast halt, das ist halt ein brutaler Cliffhanger, also das Brutale ist in diesem Falle von, er ist sehr gut gemeint, weil er ist halt mehrdimensional, du hast halt den Cliffhanger, was passiert jetzt mit, bei Dennis und wie geht es ihm, was sagt er dazu, wie reagiert er darauf, auf der anderen Seite dieses neue Stable, nenne ich es mal einfach, was ist die Motivation, was wollen die überhaupt, dann hast du noch, aber zusätzlich noch, was wollen die überhaupt jetzt von Dabi Allen und dann hast du noch den Punkt, was ist mit Willa Jutta, wie reagiert er auf das Ganze, also durch eine Aktion hast du halt nicht nur einen gigantischen Heel-Turn, einen Cliffhanger und auch noch tausend Möglichkeiten geschaffen und ja, ich möchte einschalten, allerdings ist man auch ein Wagnis eingegangen, weil das ist jetzt dann Richtung nächstes Match, diese toten Stille, die war spürbar, also das hast du, du hast natürlich manchmal Stille, weil der Crowd schlecht ist, hier hattest du einfach Stille wegen dem Schock oder weil halt die Bilder zu heftig waren und es halt zu weit ging, aber auf jeden Fall diese Stille nimmst du halt in Kauf, auch im Haupt-Match zu haben, also im inoffiziellen Main-Event und das war anfangs auch so, also von uns gefühlt war das auf der Couch auch so, wir hatten richtig Bock auf dieses Match, aber diese Bilder haben halt so einen bleibenden Eindruck hinterlassen, dass wir, wir waren sehr ruhig und wir waren halt, wir hatten das, irgendwie dieses, dieses Belastende ein bisschen auf den Schultern war eine ganze Weile da, das musste erstmal weggehen, das dauerte. Genau und um sozusagen Überleitung zum nächsten Match zu machen, das war natürlich und ich fand das auch ganz interessant, was du sagst, also das war von Anfang an ja auch brutal, dieses Match, aber die sind hier nicht gleich mit 100 Sachen pro Stunde losgelangen, sondern es war teilweise sehr methodisch, diese gegnerische Zerstörung, also wir sprechen hier natürlich vom Lights Out Steel Cage Match, Adam Page gegen Swerve Strickland und ja, also natürlich hier klassisch Licht wird ausgemacht, wenn das Licht wieder angeht, dann hat AEW sozusagen hier nichts mehr mit allem zu tun, was wir hier sehen, sondern ja, die beiden machen halt einfach ihr Ding, kamen auch raus, entsprechend begleitet mit ihrer jeweiligen Security, Swerve übrigens hier sehr schön, also zuletzt ja natürlich Adam Page hat ja das, ja, das Kindheitsbild, Haus von Swerve Strickland abgefackelt, angezunden, das der ja gerade erst zurückgekauft hatte, das war sozusagen der Main Event Go-Home-Angle von Dynamite, dass hier der Hangman im Lehnstuhl vor dem brennenden Haus sitzt, sich einen Whisky wahrscheinlich gönnt und ja, Swerve hier die Hütte abgefackelt hat, also Swerves Haus angezündet. ist Teil seines Zeitensworn-Videos. Genau, ist jetzt Teil seines Videos und Swerve allerdings hat hier ein weißes Outfit an, Jacke, Hose und das ist inspiriert von dieser Tat, das heißt, du hast hier die Flammen drauf und du hast hinten auf der Jacke das große Bild vom Hangman, der hier vor dem brennenden Haus sitzt, also auch Respekt an Swerve, der hat sich da innerhalb von drei Tagen auch ein komplettes Outfit schneidern lassen, auch sehr schön. Er war ja vorbereitet. Genau. Ja, und es geht gerne mal, können wir mal kurz sagen, einfach dieser Pay-Per-View, ich möchte das nachher nochmal sagen, es tut mir leid fürs Unterbrechen, wie viele Mordversuche wir bei einem Wrestling-Pay-Per-View gesehen haben. Ich wollte es gerade sagen, also wir sind eigentlich unmittelbar in den nächsten Mordversuche hineingeschlittert, schon in der ersten Minute dieses Matches, denn die beginnen natürlich mal hier, also ich glaube Swerve beginnt gleich mal mit einem Kick oder was, sogar ein Hauskaul, das Match und der Käfig, der ja über dem Gang, der wird so langsam runtergelassen und das Erste, was den beiden einfällt, ist, sie, ja, rollen sich eigentlich so auf der Matte hin Richtung Apron und jeder versucht eigentlich den anderen so lange festzuhalten, dass der Käfig ihm den Schädel zerquetschen kann. Also das war mal der Aufhänger des Ganzen so, wenn du tot bist, dann kannst du nicht mehr gewinnen. Auch sehr gut, also um das zu unterstreichen, wie blind die beiden vor Wut und Hass sind, fand ich dabei, dass im Grunde genommen Prinz Nana derjenige war, der die beide reingeschoben hat. So nach dem Motto, okay, wenn ich es nicht mache, ist es nicht unwahrscheinlich, dass sie beide einfach, keiner will nachgeben, weil die beiden hatten sich ja selber in dieser Situation, dass beide mit dem Kopf da waren, keiner von euch würde nachgeben und es würde was Schlimmes passieren. Und das war halt schon direkt so, alles klar, das wird hier echt böse enden. Aber Nana war natürlich so vorausschauend, dass er zumindest vorher noch alles, was er irgendwie an Kram gefunden hat, in den Ring reingeworfen hat. Also Stühle, Tische, eine Box voll kleiner, schöner Spielereien und Wunderlichkeiten, die dann auch noch zum Einsatz gekommen sind. Also man hatte da schon mal diversen Kram im Ring, allerdings eben hier keine zerquetschten Schädel, sondern es ging gleich mal weiter. Hangman beginnt gleich hier mal mit einem Follow-Islam, aber Swerve ist völlig unbeeindruckt. Du gibst den Kipper ab, er steht schon sofort wieder da. Kick ins Gesicht, es gibt einen Jumping Flatliner und du hörst die ganze Zeit auch sehr schön, Prinz Nana steht hier nicht nur am Ring, sondern der beschimpft auch lautstark den Hangman und nennt ihn einen Idioten und quasi, was hast du denn gedacht, wenn du das hier machst und was glaubst du, was mit dir passieren wird und ja, also der ist auch eine, nimmt eine sehr aktive Rolle ein verbal, zumindest in diesem Match. Irgendwann ruft er sogar zu Swerve, töte ihn, töte ihn, denkst einfach so, Leute, hört auf damit, das ist alles ein bisschen zu viel. Ja, Match wieder, besteht wieder aus zwei Phasen, finde ich, du hast es richtig gesagt, anfangs haben die, es war kein großes Tempo drin, sondern eher dieses langsame sich gegenseitig zerstören und was ich sehr schön fand, weil sie haben es ja dann noch gesteigert, also sie haben eigentlich eins der Highlights, also der brutalen Highlights aus dem Texas Deathmatch eigentlich sehr, sehr früh aufgegriffen, nämlich hier den Tacker, die Staple Gun, den sich hier, der war nämlich in der Kiste drin, den holt sich mal Hangman Page und du hast genau diesen Spot gehabt und damals war ja noch Hangman das Babyface und Swerve der Heal und damals sind ja die Leute schon sehr drauf abgegangen, also Swerve bekommt hier quasi diese Staples, also diese Klammern in die Brust hineingeschossen, geht aber immer weiter nach vor, beginnt zu lachen und jetzt war das hier halt sozusagen der Babyface Spot, also der verkauft das überhaupt nicht, während er hier getackert wird, nimmt dann irgendwann dem Hangman den Tacker ab, hat dann ein paar Familienfotos dabei und auch das, ich glaube im ersten Match hattest du das ja mit der Zeichnung von dem Kind, vom Hangman und jetzt waren sozusagen hier die Familienfotos, also ich glaube sogar von Swerve als Kind aus diesem Haus, die er zunächst mal auch dem Hangman in die Brust tackert und ein zweites Bild gibt es dann, ich glaube es war in die Wange. Ja, mit mehreren Tackern. Also erst hat er den... Mit mehreren Tackern und dann auch nochmal wieder abgerissen. Aber auch die Bilder, also wenn er den Tacker ihn abnimmt, dann dreht er ihn und drückt ihn am Rücken und tackert erstmal am Rücken und das sieht halt aus, wie wenn du eine Knarre dahin hältst. Das stimmt. Dann richtig tack, 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 tack und dann halt wie du sagst an die Brust das Bild, an die Wange das Bild, aber es war halt, wie du sagst, jeder kennt diese Szenen von damals noch und man baut darauf und man sagt eigentlich, das jetzt hier geht viel, viel weiter, weil wir bringen es am Anfang und es hat halt gar nicht diesen unfassbaren Impact und dieses, was auch mitschwingt, ist ja auch in dieser Geschichte dieses, wie du mir, so ich dir. Weil das ist ja das Motiv quasi. Du warst bei mir im Haus, ich gehe zu dir ins Haus und jeder hat halt eine Grenze überschritten und das machen die halt auch im Match selber, weil auch in dem Match damals hattest du ja zum Beispiel auch den Ziegelstein. Der wurde zerstömmert, das war ja dieser Fake-Ziegelstein und jetzt ist in der Kiste sind halt genau die beiden Sachen, die halt so berühmt waren von dem Match. Einmal der Tucker und einmal ein Ziegelstein, aber die sind halt ein echter. Genau. Und ein Ziegelstein, einen echten im Ring, ich muss es vorwegnehmen, möchte ich nicht wieder sehen. Nein, also ich bin da, das heftigste. Das war auch, also ich meine, es gab dann natürlich, ja, es gab dann noch den Stacheldraht, den sich hier der Hangman um den Arm gewickelt hat, auch mit einem Lariat, ging mehrfach für beide auch in den Käfig, teilweise mit Death Valley Drivern, Stühle kamen zum Einsatz, etc., etc. Natürlich. Genau, Hangman, auch sehr schön, der geht dann mal raus, also sozusagen hier auf den Apron zwischen Seilen und Käfig und schaut mal und kommt irgendwie drauf, er kann hier keinen Buckshot-Lariat springen, denn da ist zu wenig Platz. Ja, fand ich super klug, dass du halt diese Umgebung sagst, okay, Planendung, ich kann es nicht machen, es funktioniert nicht wie letztes Mal, wo du halt wusstest, okay, das ist der Finishing-Move und man muss halt anders reagieren. Aber dann auch sehr schön, also Paul Turner, der Referee, Hangman hat hier einen Stuhl, selbst wenn auch eines irgendeinem Grund, also Stapelgarn und alles Mögliche ist okay, ja, dann aber irgendwie der Referee nicht einverstanden mit dem Stuhl, hindert irgendwie den Hangman dran, bückt sich irgendwie runter und plötzlich kommt hier Swerve und rollt hier über den Rücken vom Referee und zeigt seinerseits hier einen Ich würde sagen, das war ein Buckshot-Lariat, die halt nicht perfekt so aussah. Eine Art Buckshot-Lariat, genau. Ja, spektakulär. Ich muss aber jetzt trotzdem, ich muss springen, es tut mir leid, weil es ist sehr, sehr viel passiert, genauso wie halt Stacheldraht, das an dem Käfig dran befestigt wurde, um dann halt das Surf reinzuwerfen, reinzudrücken, das Gesicht dran zu reiben. Alles brutal, aber ich muss halt zu diesem Stein kommen, diesem Betonklotz, Betonklotz, das war einfach diesem Sinderblock, also ich weiß gar nicht, wie man auf Deutsch so sagt, also jetzt kein massiver Ziegelstein, nicht so ein Betonbrocken, sondern diese, ich glaube, wo man Mauern baut, oder nicht? Ytongsteine, ich weiß gar nicht, ob es das in Deutschland gibt, also quasi dieser, dieser Stein mit den Löchern drinnen. Ja, und Surf ist ja eigentlich in seiner Heal-Phase dafür bekannt, dass er den ja halt hatte. Da hat er auch gerne mal zertrümmert und so weiter, aber das war halt, wie gesagt, immer ein Fake-Ding. Ich habe erst gedacht, okay, das ist ein Fake-Teil, passt, nimm es, weil dann wiederholt sich die Geschichte. Nur, wenn du dann halt siehst, dass er halt, ich weiß nicht, in welchem Move es war. Es war zunächst, das Surf wollte in einem Package-Piledriver, das ist gekontert worden, dann ist gekontert worden in den Dead-Eye, das ist auch gekontert worden. Und dann? Und dann war es dieser, ich habe jetzt keine Ahnung, wie der Move heißt, diese Art umgedrehter Backslide, also wo er in so, quasi die Arme, er hakt quasi die Arme ein und hat den Gegner dann auf seinem Rücken, aber mit dem Kopf nach unten, also quasi wie eine Art umgedrehte Powerbomb. Jedenfalls, was passiert ist, Slide, es ist ein richtiger Slide dann leider passiert. Genau, also er slidet, er wirft ihn runter und zwar wirklich genau auf die Kante von diesem Cinderblock. Man sieht dann auch, hat man auch auf der Videoleinwand in der Halle dann gezeigt, wirklich in Großaufnahme diese Striemen. Also da kann dir halt auch mal ein Wirbel brechen, also wenn du da blöd auf die Kante kommst. Es waren auf jeden Fall mal massive, massive Abschürfungen und das gab es ja mehrfach, also auch Swerve ist dann noch mal zumindest einmal auf diesen, der war auch schlimm, ja, auf die Kante geknallt worden. Weil der Swerve ist halt wirklich mit dem komplett geraden Rücken draufgeworfen worden und ich bin ganz ehrlich, also Sarah, die war ja früher Arzthelfin, die hat geschluckt, die hat gesagt, oh mein Gott, dabei kannst du dir halt nicht nur Wirbelbrechen, da geht Bandscheiben kaputt, da kann dann alles kaputt gehen. Und das eigentlich heftig, weil es ist ja gar kein spektakulärer Spot so gesehen, also visuell. Aber vom Impact her hast du auch richtig in der Halle gemerkt, dass alle so, oh Mist, hoffentlich ist da jetzt gerade nicht was passiert. Und wir haben das anfangs auch gedacht, vor allen Dingen, weil halt Hangman dann anfing, erst mal so Abstand zu nehmen zu Zwölf und gar nicht mehr auf ihn drauf ist und der Ringrichter auch halt noch mal zu Hangman gegangen ist und Hangman dann wiederkehrt gemacht hat und wir dachten, oh nein, bitte lass da nicht passiert sein. Ist zum Glück anscheinend nicht, hoffentlich, aber dieser Spot mit Zwölf, ey, ich bin ehrlich, ich musste schlucken, das will ich nie wieder sehen, also das ist kein Westerfeld wert. das sind halt wirklich die, wir hatten dann unmittelbar danach einen Table Spot und das kennen wir ja, die Hangman hier wird so halb auf den Table drauf, dann kommt er aber doch aufs Top Rope, also Zwölf ist schon am Top Rope, Hangman geht hoch, Hangman möchte dann einen Fallaway Slam zeigen vom Top Rope durch den Tisch, Zwölf blockt das und es gibt den Zwölf Stump sozusagen im Flug, den Zwölf Stump durch den Tisch. Mit einer Wucht, ne? Mit einer Wucht, sieht auch schlimm aus, aber ist halt ein Table Spot und da wissen wir halt, ja, die sind halt mittlerweile Gang und GmbM Wrestling, das ist halt nicht das Ecke von einem Beton- oder Zementblock. Ja, auch mies fand ich auch den Spot, wo der Stuhl zwischen den Ringseilen in der Ecke festgemacht wurde und Zwölf hat halt Adam Page auf der Schulter, rennt wirklich einen Vollsprint dahin und wirft ihn quasi kopfüber in den Stuhl. Nämlich in den Stuhl hinein und beim Runterfallen aus dieser Höhe knallt der Hangman auch noch ein paar Mal mit dem Kopf auf die gespannten Seile. Also auch das eine ziemlich gefährliche Geschichte. Also die beiden müssen, muss man mal festlegen, das ist halt nicht nur eine gigantische Fede, die halt hoffentlich für immer da sein wird bei AEW, sondern die beiden müssen sich ja auch vertrauen, bis zum geht nicht mehr. Weil alle Spots, die wir sagen, ich möchte dich nicht mehr sehen oder es ist so krass und so weiter, das machen die ja bewusst und das machen die bewusst in dem Sinne von ey, du passt auf mich gefälligst auf und ich passe auf dich auf. Ja, aber wir müssen sich vertrauen, bis zum geht nicht mehr. Also wir hatten Cinderblocks, wir hatten Stühle, wir hatten Tische, wir hatten Stacheldraht. Was kannst du denn jetzt noch bringen? Und der Hangman holt sich noch was und zwar ein Stück verbranntes, zugespitztes Holz aus dem niedergebrannten Haus von Swerve Strickland, also quasi einen Pfahl. Er wollte hier auf Vampirjagd gehen, sozusagen und möchte hier tatsächlich Swerve Strickland mit diesem Holzpfahl abstechen und das ist wirklich wie in so einem Actionfilm, so eine Kampfszene, wo sie ja, drum ringen und der fasst ihm schon diesen zugespitzten Holzpfahl ins Gesicht, ins Auge, sonst irgendwo hineindrückt. Kann er sich noch irgendwie rechnen, nur ist es halt immer noch ein Wrestling-Match, das heißt, es gibt hier nicht irgendwie, weiß nicht, den Schlag oder den Uppercut, sondern was macht Swerve Strickland, damit er nicht abgestochen wird? Einen Armbar, weil damit kann er hier nämlich den Arm fixieren und dem Hangman hier diesen Pfahl auch entreißen. Und gegen den Schädel ballern, wie es ein Irrer macht. Genau, es gibt dann hier die Steaks, also so ein bisschen mit den Holzstäben und so, Abdullah de Butcher war ja da so ein Kandidat dafür in Japan, haben wir das auch viel gesehen bei FMW, IWA, wie sie alle hießen, Wing, wo es hier mal mit den Holzstäben ja, ordentlich auf die Stirn gab, das heißt natürlich die beiden da zu dem Zeitpunkt dann auch schon schön am Bluten. Ja, schlimm fand ich dann noch als, du hast ja einen Käfig und dann sagst, ja, wie kann man das noch toppen und du denkst, ja, Zwölf möchte den Stomp ansetzen, möchte halt seinen Finishing Move machen, guckt dann aber nach oben. Und in dem Moment, ich weiß nicht, wie es dir ging, wir haben nur beide gesagt, zeig gleich, oh nein, bitte nicht. Weil einfach der Gedankengang war halt, du konntest halt sehen, was er vorhat, okay, ich kletter den Käfig hoch, um dann von oben den Stomp zu machen. Du weißt einfach, einen schönen Gruß an Edge, dabei kann halt schnell irgendwas brechen oder kaputt geht oder sonst was. Haben sie zum Glück nicht gemacht, aber der nächste Spot war trotzdem auch nicht schöner. Und ich glaube, dass das auch damit mit dem Edge Unfall zu tun hatte, dass sie vielleicht gesagt haben, also jetzt keine, zumindest keine Footstomps oder solche Geschichten mehr von oben. Vielleicht noch einen Senden oder so irgendwas, wo du flach am Rücken landest, aber nichts mehr, wo du auf den Beinen landest, weil wahrscheinlich möchte man nicht den nächsten Topstar irgendwie ein halbes oder dreiviertel Jahr verlieren mit einem gebrochenen Bein. Nee, das wäre nicht gut. Aber stattdessen du hast es aufgeschrieben, hoffentlich. Ich habe es aufgeschrieben, ich bin tatsächlich hier in meiner Menge, ich habe wirklich viel aufgeschrieben in jedem Match. Ich versuche gerade, wo in meinen Notizen wir uns gerade befinden, zu suchen, was wir da im Durchlesen, aber ich weiß gar nicht, ob das jetzt vor oder nach diesem Spot war, auch sehr schön, als der Hangman ihn so auf den Knien hat und ihm sagt, ich habe gesagt, du sollst mich anflehen, so flehe mich jetzt gefälligst an, damit ich dich hier quasi nicht umbringe. Also auch das sehr schön. Ja, Swerve hat überhaupt sehr viel gedacht, er hat sehr viel Spaß in diesem Match, hat man das Gefühl. Genau, es gab dann noch eine Powerbomb, ich glaube, das war auch der Spot, das war die Powerbomb auf diesen Zielstein oder Cinderblock und Swerve kommt aber relativ schnell wieder zurück, es gibt dann die Powerbomb in die Käfigwand und dann, das war auch sehr brutal, diesen Housecall, diesen Kick, also ja, der Hangman ist sozusagen in den Seilen und wird hier wirklich, bekommt hier diesen Kick von hinten gegen den Schädel, der knallt gegen die Käfigwand und wird auch zurückgeschleudert, also auch das hat extrem, und ich glaube, hier war es dann, also Swerve, genau, glettert dann den Käfig hoch, möchte dann rauf und Swerve kommt dann, also der Hangman kommt dann rauf und verpasst ihm dann noch eine, ja, so eine Mike Awesome Bomb, eine Toprope Powerbomb eigentlich auf, ja, vom Toprope in den Ring, Swerve kommt wieder auf die Beine, es gibt den Dead Eye für einen Toucan und genau, dann war diese Szene mit, ja, du sollst hier qualitiert um dein Leben battlen und, also, der Hangman hat dann auch diese Chair Shots gezeigt und zwar mit der, sozusagen mit der, mit der Seite des, des Stuhls. Ja, mit der Seite ist immer eine schöne Sache, äh, das mag ich, das sieht immer gut aus, ähm, ich hoffe im Grunde, dass dieser Scher, ähm, präpariert war, also der war, das hatten wir letztes Mal schon mal einen, der halt, der war präpariert, bei Jack Perry, also der war, der war ziemlich sicher auch präpariert, weil da, da haben wir es genau, also Swerve steht auf, lacht, äh, fällt aber dann sozusagen wieder hin und dann die, also natürlich, was, was mögen wir noch alle nicht, äh, wie, wie kannst du sozusagen den, den normalen Menschen noch ein bisschen schocken, ja, einerseits mal, niemand geht gerne zum Zahnarzt und niemand mag spritzen und der Hangman sagt sich, was, was mache ich jetzt, äh, und Swerve hat ja diese, diesen goldenen, diese Grills, also diese Zahnverzierungen, äh, die auch so in der, in der Hip-Hop- und Rapper-Szene offenbar, äh, populär sind. Ja, das sind einfach Overlays, die legt man drüber und fertig ist. Genau, also der, der Hangman reißt ihm hier mal auf jeden Fall diesen, diese, diese Goldverzierung, diesen, diesen Goldgrill aus dem Mund heraus, äh, geht zurück in die, in die Wunderkiste und holt sich hier eine Nadel. Also, liebe Grüße an den Kollegen Thumbtack-Check auch, äh, der hat ja das im, im deutschen Wrestling, im, im Deathmatch-Wrestling ein bisschen perfektioniert zu seiner Zeit, den, den Spot mit der Nadel und, ja, der Hangman, äh, versucht, ich weiß gar nicht, ob er es dann wirklich geschafft hat. Also, die Spritze hing fest zumindest. Sie hing fest, aber ich glaube, geplant war, dass er den sozusagen, also er wollte ihm hier wirklich die Spritze von innen im Mund durch die Wange äh, durchdrücken. Also, ich, ich habe nicht, die Nadel kam zumindest auf der anderen Seite nicht raus, aber sie war schon festge, wie auch immer steckt. Bei dem Spot kann man zumindest sagen, dass, ähm, er sieht schlimmer aus, als er, als er ist. Äh, das ist einfach, jeder kennt halt, wenn eine Nadel reingeschoben wird irgendwo. Es gibt genug Künstler, die halt, wir waren selber auf so einer Halloween-Show, wo halt einer sich tausend Nadeln da in die Wange reinhaut. Das sieht halt heftig aus, aber es ist halt immer noch eine ganz, 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 ganz dünne Nadel. Hätte ich das gebraucht, weiß ich nicht, aber es war halt die Vorbereitung auf dann halt diesen Share-Shot, äh, der zumindest sehr, sehr laut war. Der, der war nicht laut, der sah halt total aus. Man hat den auch nicht, also man hat den dann in der, in der Wiederholung gezeigt, oder ich weiß gar nicht, ob ich nur auf Twitter dann, äh, von, von Fans, äh, Videos, ich, ich habe irgendwo ein paar andere Einstellungen noch gesehen. Äh, man hat es jedenfalls nur, nur Knallen gehört, aber man hat hier nicht in Großaufnahme gezeigt, aber, ja, es ist halt sozusagen, die, die Sitzfläche ist hier sofort weggeflogen, also ich glaube, dass der wirklich entsprechend präpariert war, hoffentlich, ich gehe mal davon aus. Ähm, aber das war sozusagen das Finish, also es gab hier diesen brutalen Chairshot und der Referee hat dann sofort sozusagen gemerkt, hier, Swerve ist ausgenockt, der kann nicht mehr, der ist, da sind die Lichter aus und hat hier auch das Match gestoppt, das heißt, der Hangman hat hier, ja, seine, seine Rache bekommen. Ja, und zwar zu einem schweigenden Publikum, das zu Recht, weil es halt, du hast halt bei Denison beendet mit Schweigen, und zwar schockierten Schweigen und hier halt auch, weil dieser Chairshot war einfach Dement war so, oh nein. Es sah heftig aus, das war absolut logisch, es war, äh, toll erzählt, es war für mich ein fantastisches Match, das kannst du auch nicht mit einem normalen Westing-Match vergleichen von der Wertung her. Für das, was es das war, war es absolut fantastisch, beeindruckend, äh, packen, spannen, brutal, äh, persönlich. Ähm, und das Finish, es hat in dem Kontext halt auch perfekt gepasst, weil halt dieser Swerve, der halt immer noch lacht und dann eigentlich, aber eigentlich gar keine Kraftwerke zusammensackt und dann kassiert er den Stuhlschlag, eben kein, kein Lariat oder sonst was, dann einfach nur der Stuhlschlag, der einfach viel zu weit gegen das Reft sagt, einmal, das reicht jetzt, der hat genug, aber aufgegeben hat er ja auch nicht. und, äh, dahingehend absolut sinnvoll, du hast einen, ähm, 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 gestärkt rausgebracht, der hat gejubelt, du hast aber zeitgleich auch wieder diesen Moment gehabt, wo einfach du dann, ja, Swerve in diesem Stuhlfetzen noch hängen siehst, der hat sich auch nicht mehr bewegt, und, und das Publikum einfach nur so in dieser sorgvollen Stille war, und das war bei uns auch so, ja, und auch sehr schön der Hangman, also er, er, er feiert hier natürlich ein Stück weit, geht dann auch gleich aus dem Ring die Rampe hoch, äh, über, also die, die auch hier wieder sofort, die, die Ärzte, äh, kommen in den Ring, äh, Neckbrace, alles mögliche, also es wird natürlich hier sofort Swerve verarztet, ähm, und kurz überlegt auch der Hangman, also er macht wieder so ein paar Schritte die Rampe runter, ob er jetzt nochmal in den Ring rein soll, und du siehst natürlich schon auch, ähm, also natürlich, der hat hier seine Genugtuung bekommen, aber hat auch so ein bisschen diesen, diesen wilden, leicht traumatisierten Blick, wo du vielleicht schon denkst, irgendwo im Hinterkopf, äh, äh, beim Hangman, und der war ja lange Zeit hier so ein bisschen der, der Millennial Cowboy, also der mit den Gefühlen, der, äh, der sich auch nicht überwinden konnte, so ganz furchtbare Dinge zu tun, manchmal macht er es halt, aber nicht, weil er es will, sondern weil er es muss, und hier wollte er es offenbar, und dann siehst du aber schon so ein bisschen, habe ich den Eindruck gehabt, in seinem Gesicht so dieses, bin ich jetzt zu weit gegangen, also ja, ich habe hier gewonnen, aber war es das quasi wert, also die haben hier auf jeden Fall, und die Geschichte kannst du schön erzählen, die haben wir beide ein Stück ihrer Seele, äh, auf jeden Fall im Ring und in dieser Fede gelassen. Ihre Menschlichkeit. Ganz genau, ja. Äh, ja, ne, passt ja auch zu der Story, die Story war ja auch vorher, äh, auch mit der Promo, mit dem Hausbrand, ähm, dass Zwölf ja auch sagte, Hangman soll sich entscheiden, wer sein will, und Hangman hat ja gesagt, ich habe mich entschieden. Und jetzt ist halt die Frage, ja, kann er mit dieser Entscheidung leben, weil das sind halt die Konsequenzen daraus, wenn er halt sowas macht. Die Frage ist auch, wie es weitergeht, also geht das überhaupt weiter, oder nicht? Und das ist halt, das ist halt das richtig Schöne, also du kannst jetzt natürlich hier die, das echte Leben mit reinbringen, weil, ja, der Hangman, was hat er gemacht? Der hat quasi hier jetzt seine, seine Familie verteidigt, weil wir erinnern uns ja, die ganze, also die Blutfäde hat ja begonnen, als Svair Strickland hier im Zimmer gestanden ist, sozusagen am, am Babybettchen von, von, von Hangmans Sohn, das hat er auch nochmal gesagt, also während meine, Frau hier im Nebenzimmer geschlafen hat, bist du hier im Zimmer bei meinem Sohn gewesen? Und dann hat er Svair Zwerf zuletzt auch nochmal gesagt, er ist dann, als der Hangman jetzt länger nicht da war, dann sozusagen seine Frau als zweite Kind bekommen und da hat er Svair auch nochmal gesagt, so ein bisschen creepy natürlich, ich bin da zu deinem Haus gefahren, ich habe zugesehen, wie du hier deine Frau ins Krankenhaus bringst, deine Hochschwangere. Und da denkst du dir natürlich, also auch wenn der Hangman jetzt der Heal ist, was bist denn du für ein krankes Schwein, dass du hier die, die Leute stalkst? Und auf der anderen Seite hast du jetzt natürlich hier den Hangman, der zwar gesagt hat, ja, ich habe hier meine, meine Familie quasi, also ich habe jetzt hier diese Bedrohung für meine Familie ausgeschalten, weil wer weiß, was dem Wahnsinnigen sonst noch einfällt, wenn der schon mal in meinem Haus war. Gut, ich habe ihm auch seine Hütte niedergebrannt, aber da war zumindest niemand drin. Aber jetzt kannst du natürlich sehr schön, wenn du das möchtest und diesen vielseitigen Charakter und vielschichtigen Charakter bringen willst, kannst du natürlich sagen, wie wirkt sich jetzt das auf das Privatleben vom Hangman aus? Also wie ist der jetzt zu Hause? Kann der noch liebevoll mit seinen Kindern, mit seiner Frau umgehen oder hat der jetzt hier wirklich ein Stück Menschlichkeit verloren und wird der jetzt vielleicht auch, ja, wenn du die dunkle Seite und die dunkle Geschichte erzählen willst, wird der jetzt vielleicht auch privat etwas jezorniger, etwas aufbrausender oder kann der das sozusagen trennen? Ist der daheim immer noch der liebevolle Ehemann und Familienvater? Also du könntest das sehr, sehr schön und das hatten wir im Wrestling halt lange nicht. Du kannst halt hier, wenn du das willst, eine wirkliche vielseitige Charakterstudie von einem Wrestler machen, der eh schon von Anfang an eigentlich eine komplexe Persönlichkeit hatte eben als Millennial Cowboy. Ja, das ist es halt. Du hast halt Hangman einen Charakter, der super interessant ist. Er ist auf jeden Fall einer, der interessant ist, weil du halt so viele Möglichkeiten hast und weil dir auch so viel Tiefe drin steckt, weil, du hast ja richtig gesagt, er verhält sich ja wie ein kompletter Heal, aber dadurch, dass du die Beweggründe kennst, so falsch liegt der halt. Also in seinem Kopf hat er halt recht und hat jetzt hier gerechtigt. Die Frage ist genau, wie macht er weiter? Weil er wollte jetzt grundsätzlich mal den Titel haben. Jetzt hat er mittlerweile schon gesagt, der Titel ist mir eigentlich egal. Ich will nur, dass Swervin ihn nicht hat. Will er ihn jetzt trotzdem? Geht er jetzt Richtung Brian Danielson? Wie schaut's aus? Irgendwann wird Kenny Omega wieder kommen. Wir haben die Bugs, mit denen es eine Geschichte gibt. Also auf welcher Seite wird sich der Hangman jetzt niederlassen und wie geht's weiter für ihn jetzt? Er hat ja auch im Match ja auch irgendwann zum Publikum gesagt, vor allem so, ja und den feiert ihr und das ist ja euer Top-Guy. Ja, genau. Und wo du halt denkst so, eigentlich hat er ja nicht so Unrecht, weil, wie du halt sagst, der war im Kinderzimmer, während die Ehefrau neben dem anderen geschlafen hat. Das ist halt schon sehr, sehr assi und wir feiern den. Und wollte zuletzt ja auch noch Brian Danielson das Genick brechen, weil er gesagt hat, hier und ich werde dich vernichten vor deinen Kindern, vor deiner Familie. Also das ist eigentlich kein guter, der Swerv, aber wir feiern ihn halt alle oder die Fans feiern ihn alle. Du feierst ihn. Du bist ein großer Swerv-Fan, David. Ich fände ihn auch super. Ich mag auch generell Charaktere, die nicht so eindimensional sind. Ja, nein, und das hat man toll erzählt bei den beiden. Dieser Face-One als Champion, der hat ja so gut funktioniert, weil er ja nie dieser glatte Superman-Face war, sondern einfach so, ja, Leute, ich weiß, dass ich über Grenzen gehe, aber wenn ich den Titel verteidigen muss, dann muss ich das auch machen. Das gehört dazu. Und dass er das halt nie verleugnet hat, ist halt super. Und du hast halt jetzt durch diesen Pay-Per-View, um Richtung Fazit zu kommen, erst mal muss ich sagen, du hast den brutalsten Pay-Per-View, den AEWG ihr abgeliefert hat, weil es einfach super viele brutale Sachen gab. Nicht nur eine, sondern halt mehrere Sachen. Und du hast Cliffhanger ohne Ende. Holy shit, hast du so viele Cliffhanger. Wir hatten das ja schon vorhin gesagt, bei Bynanzen, Jack Perry, Moxley, Willa Jutta und sonst was. Du hast bei Alien Page genauso und Strickland auch. Du hast dann Okada und Takeshita hast du auch. Und das kannst du also weiterführen. Du hast echt viele Cliffhanger aus diesem Pay-Per-View rausgezogen. Und jetzt muss ich kurz einen Cut machen, weil es ist Zeit für die Parole. Sonst vergessen wir das und dann kriege ich wieder Ärger in den Kommentaren. Das ist nicht schön. Egal wo ihr seid, wo ihr uns zuhört, wenn ihr es bis hierhin geschafft habt, über zwei Stunden, verdammt lange Zeit, zeigt uns bitte, dass ihr bis hierhin gehört habt und zwar geht in die Kommentare bei YouTube auf das Video. Das wäre super klassisch. Geht in die Kommentare rein und schreibt rein, lauf es in sie eher. Weil ich finde, bei so viel Brutalität brauchen wir etwas Liebe auf der Welt. Du willst also hier Levaniel bei AEW sehen in seinem alten Liebe-Gimmick. Ich will einfach nur ein bisschen Liebe. Ich brauche jetzt nach diesem Pay-Per-View echt Liebe. Fazit. Also ich mache es kurz. Wir müssen noch nicht alle Matches... Wie du sagst, ja, die Brutalität war da bei Danielson, vor allem in dem Engel-Nacht-Match, bei dem Lights Out-Cage-Match natürlich. Auch beim Streetfight, der fantastisch war zwischen Willow und Statlander. Also das kann AEW unter anderem auch. Nämlich hier sehr gute Streetfights, Hardcore-Matches, Brawls, was auch immer abliefern. Ja, wir hatten Pack Osprey, wir hatten das 4-Way. Wie du sagst, schwächstes Match wahrscheinlich und ich habe das natürlich bis auf diese Haar-Geschichte, die halt sehr störend war, war sicherlich hier Monet gegen Shida. Tag-Team-Titel-Match war klasse, Opener war klasse. Also ich weiß gar nicht, wie ich letztes Jahr All Out bewertet habe. Ich weiß, wir haben letztes Jahr, sind wir zusammengesessen, haben auch gesagt, All In war natürlich das große Spektakel und ich kann mich erinnern, All Out war letztes Jahr die bessere Show und wirklich eine fantastische Show. Ich mache es kurz und gehe hier auf 7 von 8 Bananen. Ich finde die Bewertung dieses Mal sehr, sehr schwer, weil da halt teilweise Bilder waren, wo sich die Geister scheiden und ich kann das komplett verstehen und ich was soll ich machen? Ich mache es rein subjektiv aus meiner Sicht. Ich kann komplett nochmal verstehen, wenn man halt sagt, ey, das Ding gebe ich jetzt meinetwegen eine 5, weil halt einfach diese Brutalität will ich nicht unterstützen, will ich nicht sehen, ist mir zu viel. Aber meine Wertung ist eine andere, weil es gab halt einen Downer, das war für mich halt das Frauen-Match. Du hattest zwei Matches, das muss ich halt leider abziehen, auch wenn die echt unterhaltsam waren, aber die hätte ich nicht unbedingt auf der Kart gebraucht, weil ich habe auch gerne meinen Peppi, der ein bisschen kürzer ist. Das ist ein kleines Minus und ich gebe halt noch, nee, andersrum, ich gebe jetzt erstmal die Wertung, die Wertung wäre eigentlich eine 7 von 8 Bananen. Ich gebe aber 6,5 und zwar aus einem einfachen Grund und da mal echt Richtung AEW, das geht so nicht. Diese technischen Probleme, die sich in letzter Zeit bei den Weeklys eingeschlichen haben, waren auch bei dem Pay-Per-View da und das geht mir auf die Nerven. Das kann nicht sein. Es gab ein paar kurze Bildstörungen, das ist mir auch aufgefallen. Ich wusste nur nicht, ob es bei mir im Stream lag oder ob das wirklich im Feed so war. Nee, nee, also wir hatten Bildstörungen, wir hatten Tonstörungen immer bei diesem Double Screen, wenn das eingeschrieben wurde. Richtig, ja, da hat nämlich das Mikro total übersteuert dann oder der Ton total übersteuert, ja. Genau, und das darf halt einfach meiner Meinung nach nicht passieren und auch manchmal bei der Regie, wenn die halt beispielsweise Dylan Garcia war eigentlich dabei, im Publikum zu posieren, du zeigst aber MJF, denke ich auch so, ja, das sind so die technischen Kleinigkeiten, die kann man rauskriegen, das ist nicht unmöglich, deswegen gibt es von mir halt 0,5 Abzug, also 6,5 von 8 Bananen. Ja, aber ich glaube trotzdem eine gute Wertung und ja, vielleicht noch kurz zum Scrum, also der war, der war ein bisschen bizarr, da gab es halt wieder diese kurze Post-Show eigentlich, René Paquette auch diesmal nicht dabei gewesen, die kam dann erst kurz rein, um Tony Khan vorzustellen, es war Lexi Nea diesmal dabei, gemeinsam mit Archie City und Mad Menard, natürlich auch so mit dem, ja, René ist nicht da, weil die natürlich jetzt mit anderen Dingen zu tun hat, also ihr Mann hat gerade versucht, jemanden im TV zu ermorden. Nichts dazu zu tun, sie kam dann kurz mal raus, hat hier Tony Khan angekündigt und also es waren hier keine Wrestler da, es war nur Tony Khan da und ja, ist auch ein bisschen schwierig, weil normal hatten wir natürlich immer die Sieger aus den Matches, jetzt bei Hangman und Swerve ist es eigentlich gar nicht passend, Brian Danielson kannst du wahrscheinlich nicht bringen, weil der wird gerade irgendwo mit Sauerstoff versorgt, ja, MJF ist eigentlich außer Gefecht, Okadas Englisch ist wahrscheinlich nicht gut genug, die Bucks gemeinsam mit Tony Khan hinzusetzen ist wahrscheinlich auch schwierig, also du hättest mal wieder Mercedes eigentlich bringen können und vielleicht, ja, Statlander und jetzt war das wirklich, ich glaube der ganze Scrum ging 50 Minuten, davon war quasi 30 Minuten Postshow gequatsche und dann kam Tony Khan und Tony Khan hat ich weiß es gar nicht, fünf, sechs Fragen vielleicht beantwortet, also die war auch jetzt nichts wirklich von wahnsinniger Substanz dabei, das Spannendste war, wurde eben gefragt, wie hoch er die Wahrscheinlichkeit bewerten würde, dass wir innerhalb des nächsten Monats den TV-Deal announced bekommen und da hat er gesagt 90%, also er hat gemeint, es ist noch nichts unterschrieben, aber sie sind auf einem sehr guten Weg, das was er schon seit Monaten sagt, also wir gehen auch alle davon aus, die werden wir bei Warner Brothers Discovery bleiben, wir werden es irgendwann erfahren, angeblich ist es ein sehr guter Deal, aber es dürfte noch die eine oder andere Kleinigkeit geben, auf der anderen Seite habe ich schon gehört, Verträge liegen bei den Anwälten, also gucken wir mal, ja, aber vom Scrum zum Scrum gibt es sonst tatsächlich nichts zu sagen, außer das. Lass Feierabend machen, ich muss ins Bett, ich bin fast anmiede, jetzt kann ich mal zwei Stunden geschlafen, das wäre zu wenig, ich bin so alt. Wir sind hier auch, also wir haben hier, die Sendung ging jetzt länger als den Schlaf, wir sind hier bei knapp 2.30 Uhr mittlerweile, ja, was hast du gesagt, nicht nur die Liebe zählt, sondern was, love is in the air? Love is in the air als Parole, schreibt auch bitte, das würde mich wirklich interessieren, gerade weil dieser Pepewür auf jeden Fall die Leute spalten wird, eure Bananenwertung, einfach Zahl von 6 bis 8, 7 bis 8, genau, schreibt die Bananenwertung und schreibt uns vielleicht auch, was fandet ihr schlimmer, den, die, die Plastiktüte oder hier, auf den, schreibt uns, schreibt uns, was ihr am schlimmsten fandet, also nicht am, am schlimmsten von, oh, Tunicant ist ein schlechter Booker, das kannst du nicht machen, sondern, was war so für euch der schockierendste Moment, war es die Plastiktüte, war es hier die Bumps auf dem Sinterblock, war es die Nadel in den Mund, war es hier, Mercedes Haare, Mercedes Haare, war es der, war es das Spagat in die, in die Thumbtacks hinein von Chris Detlander, was war so euer, euer Holy Shit Moment, wo ihr sagt, das mögt, das muss ich nicht nochmal sehen, das würde mich auch interessieren. Ja, immer, immer rein da, so, ich wünsche allen viel Spaß, falls sie noch nicht geguckt haben, beim Gucken, viel Spaß beim Kommentieren, ich gehe jetzt schlafen. Ja, gute Nacht und viel Spaß bei EW und ich freue mich auf Dynamite, weil da werden ein paar Fragen beantwortet, hoffentlich. Ciao. Headlock, der Pro Wrestling Podcast.